Ja, willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie natürlich im Namen von FXFlat herzlich willkommen. Ich freue mich wieder dabei zu sein, hatte die letzten zwei Termine nicht geklappt, aber wurde natürlich hervorragend vertreten von meinen Kollegen. Andreas Weiß und ich bin sehr gespannt, was die Märkte gleich machen. Die Schätzungen für die Zahlen heute sind ja so weit auseinander wie schon lange nicht mehr und der DAX hat heute Vormittag jetzt auch nicht so die Bewegung gemacht, deswegen vielleicht sehen wir heute eine kleine Überraschung, aber erst mal das Obligatorische. Wir geben uns bereits einmal hier Risikohinweis bitte einmal durchlesen, auch wichtig später für die Aufzeichnung. Und ja, dann kann ich auch gleich den Monitor an Dirk übergeben und wünsche an der Stelle viel Spaß und gutes Gelingen. Ich bin im Hintergrund und pass auf dich auf, Dirk. Ja, du darfst gerne da bleiben. Also ich finde es eigentlich immer ganz nett, auch wenn so ein bisschen Dialog ist und ich nicht nur die ganze Zeit meinen Monolog mache. Das mache ich, ich bleibe hier. Das ist ja schön. Erst mal von meiner Seite auch herzlich willkommen hier zu den NFPs, zum Live-Trading. Ja, wo fangen wir da an? Also, wenn ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde sie heute nicht handeln. Und jetzt ohne mir die Zahlen angeschaut zu haben, der Nelson hat ja gerade schon was dazu gesagt, das Bild passt genau dazu, dass es halt irgendwie alles komplett auseinander geht. Und also ich gebe ja nicht viel drauf, bei dem was an Zahlen rauskommt, weil nachher gibt es immer eine Erklärung, warum das so oder so gelaufen ist. Entweder war es dann schon eingepreist oder ja, die Zahlen haben es dann gemacht. Also das ist halt aus meiner Sicht immer alles so ein bisschen Nonsens, darauf halt zu viel zu geben oder überhaupt was zu geben, ehrlich gesagt. Und vom Bild her ist es so, also ich habe wie immer hier hauptsächlich DAX und den Euro auf dem Schirm. Beim letzten Mal war es ja glücklicherweise so, da hat man das vorher eigentlich schon sehr deutlich gesehen, wo es hingehen sollte. Und es ist ja auch gelungen, davor schon eine vernünftige Position einzugehen. Und das hat diesmal nicht so ganz funktioniert. Also ich bin zwar hier im Euro jetzt erstmal long seit heute Morgen. Das hatte ich ja auch in der Gruppe ja auch gesagt. Und warum, weshalb, wieso? Und um es eben auch nochmal kurz zu zeigen. Aber die Position ist halt gerade mal irgendwie jetzt hier mit dem Restposten, den ich noch drin habe, 5 PIP vorne. Damit kann ich eigentlich nicht wirklich in die NFPs starten, weil das haut mir wahrscheinlich allein schon der Spread auseinander. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schade, weil ich halt ja schon gerne positioniert bin, wenn es losgeht. Und nicht erst danach irgendwo reinspringe oder irgendwie Rücklauf oder irgendwas mache, sondern gerne dann auch den Ausbruch mitnehme. Grund für long, also hier unten sehen wir hier, ich bin hier aktuell im 5-Minuten-Chart im Euro unterwegs. Er ist einfach der, wir haben hier gestern, ich gehe mal auf 4 Stunden, da sieht man es natürlich wesentlich besser. Ich hoffe, man kann hier alles erkennen. Dann haben wir natürlich hier einen massiven Abfall. Und das heißt, wir kommen von da oben runter, wirklich im Sturzflug. Und oft ist es so, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und das hat ja auch bisher eigentlich immer so weit funktioniert, dass halt eben solche Bewegungen, dass die oft erst mal auch beantwortet werden. Also gerade wenn man so eine Kerze hat, wir haben überhaupt gar keine Gegenbewegungen in diese Kerze, in diese 4-Stunden-Kerze hinein. Und das bleibt meistens so nicht. Ganz oft endet das dann eben damit oder halt, wenn es nicht im ersten Rutsch passiert ist, dass es dann danach kommt, dass dann hier nochmal ein ordentlicher Docht reingeht und dann kann das Ganze nochmal runtergehen. Das wäre auch so mein Szenario. Mein Präferiertes, dass wir erstmal eine Fehlzündung nach oben kriegen und dann halt nochmal runter. Und wo es dann endet, keine Ahnung. Das ist halt echt die gute Frage. Und deswegen halt long. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir hier jetzt im Euro, das sieht man im kleinen Timeframe ein bisschen besser, ich mache das mal eben hier ein bisschen größer, dass wir hier mal so rein markttechnisch betrachtet, wenn ihr auch mal damit ein bisschen nachvollziehen kann, sieht man halt hier relativ deutlich, dass wir halt hier so einen Punkt haben, der halt schon markant ist. Das war die letzte Aufwärtsbewegung. Das war von, ich glaube, gestern Abend war das. Und da ging es dann jetzt nochmal runter. Und das war auch hier, wenn man das halt mal von der Warte betrachtet, hier gleichzeitig mit dem Widerstand bzw. mit dem Support an der Stelle trifft es da halt zusammen. Da ist er reagiert und nochmal unten. Und hier hat sich jetzt heute ein Reversal gebildet. Das habe ich auch gehandelt. Deswegen bin ich da auch aktuell noch long drin, weil der Versuch war natürlich schon, da halt möglichst gut reinzukommen. Und der Wunsch wäre gewesen, dass wir zumindest zu dem Start von den NFPs zumindest schon mal hier drüber sind. Also hier in dem Bereich irgendwo. Wie man sieht, funktioniert nicht bzw. er ist kurz da dran gelaufen eben und hat dann so ein bisschen arg heftig reagiert. Das heißt jetzt erstmal nichts. Ja, also ich gehe nach wie davor davon aus, wissen tue ich natürlich auch nicht, dass wir den Ausbruch nach oben kriegen. Nur halt wie gerade gesagt, wenn jetzt die NFPs losgehen und wir haben hier einen Spread von irgendwie fünf, sechs Punkten oder noch mehr und dann würde ich, wenn ich den Stopp hier liegen lasse, an der Stelle wäre ich da wahrscheinlich schon raus. Und deswegen macht das wahrscheinlich keinen Sinn, seit er macht jetzt hier noch irgendwie noch eine schicke Bewegung nach oben und dann ja, ansonsten muss ich da mindestens ein Teil irgendwie auflösen. Hier liegt auch schon eine Shortorder zum Ausskalieren. Das heißt, hier würde ich nochmal einen Teil nochmal weggeben. Das ist auch nicht mehr alles das, was drin ist. Ich habe auch vorhin zwischenzeitlich mich hier einskaliert, ausskaliert und so weiter und so fort. Zum DAX, der ist zwar tendenziell long, aber man sieht jetzt hier auch schon, jetzt hier nur mal als Beispiel im Fünf-Minuten-Chart, das ist halt, das ist nicht mehr schön einfach. Und der bewegt sich ja auch nicht mehr wirklich. Also seit vorgestern Abend ist eigentlich nichts mehr passiert. Hat gestern den ganzen Tag in der letzten Kerze vom Vortag verbracht. Heute das gleiche Spiel wieder ist hier. Wir bewegen uns hier komplett. Ich kann das auch mal zeigen, hier auf dem Stunden-Chart. Das ist einfach nur die letzte Aufwärtsbewegung. Das ist jetzt hier so ein Indikator drauf. Das ist eine eigene Entwicklung von mir und der zeigt sowas halt ganz gut an. Also das heißt, solche Bereiche, eben solche Cluster-Bereiche. Und da bewegen wir uns komplett drin die ganze Zeit. Mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter und das war's. Und mehr passiert da eigentlich nicht mehr. Man kann daraus jetzt eigentlich überhaupt gar keine Rückschlüsse ziehen im Moment. Und deswegen, ich bin zwar jetzt hier erstmal short, ja, weil das Bild halt einfach katastrophal aussieht insgesamt. Und auch auf vier Stunden, dort sieht man es noch ein bisschen besser, da ist halt, ich hab hier auch mal die Bewegung eingezeichnet. Und man sieht halt, es wird flacher hier halt auch einfach, ja, also jetzt von der letzten Aufwärtsbewegung. Es wird halt immer flacher. Und auch die Gegenbewegung hier oben ist schon so massiv. Das hat man ja auch gesehen. Das war am, ich weiß nicht, Dienstag oder wann war das? Oder Mittwoch, wo wir dann, oder nee, Montag war das genau. Hier erstmal in den Bereichen, dann ging es erstmal runter. Das hatte ich auch soweit einkalkuliert. Aber dann eben nochmal ein kleines Hoch und dann nochmal runter. Und jetzt, das ist hier so ein Gehangel irgendwie. Und das ist halt nicht mehr schön, ja. Das ist natürlich noch nicht short, das ist gar keine Frage. Längst nicht, ja. Also ich rechne schon fast damit, dass der noch sich mit letzter Kraft irgendwie da hoch quält und dann runterkommt. Also, aber nachhaltig da irgendwie oben drüber steigen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also nicht bei dem Bild. So, wenn ich jetzt aber hier gerade auch dabei bin, der Euro drängelt hier so ein bisschen runter. Und ich würde hier tatsächlich nochmal, ich gebe mal einen Teil hier raus. So, dann kann ich mir die Orde hier schenken. Und dann gucken wir jetzt einfach gleich, wie das passiert. Beziehungsweise, was er macht. Also DAX, wie gesagt, bin ich aktuell hier zwar short positioniert, ist aber auch ganz klar, muss man sagen, gegen den Trend. Im Euro ja eigentlich auch gegen die große Wetterlage. Aber hier unten im kleinen Timeframe ist es mit dem Trend, ja. Es hat immer die Frage, in welchem Horizont man dann sowas sieht. Und das ist natürlich, das habe ich heute Morgen auch mal gesagt, so auf einen Reversal zu spekulieren, ist in der Regel ziemlich dämlich. Weil natürlich die Quote relativ gering ist, aber natürlich, wenn es dann gelingt, dann hat man natürlich auch einen Entry, den man so schnell nicht mehr sieht. Und dann sind das natürlich auch Positionen, die man laufen lassen kann. Oder wie jetzt hier zum Beispiel bei den NFPs. Wenn man einen Ausbruch bekommt, kann man eben dann halt auch relativ entspannt zusehen. Und dann entsprechend dann halt auch, wenn jetzt hier zum Beispiel der Fehlausbruch kommen würde im Euro, mal angenommen, der macht jetzt hier seine 60 Pip etwa nach oben, 55 Pip ungefähr. Das wäre so die Strecke, die ich im Sinn habe. Und wenn er das dann macht, dann kann man da oben natürlich halt auch mit einem sehr großen Stop-Loss dann halt eben auch dagegen halten wieder. Weil man dann natürlich das ja sozusagen dann vorher schon finanziert hat. Und dann kann man auch ruhig mal irgendwie 20, 30 Punkte Stop irgendwie machen und gibt dann im Zweifelsfall halt die Hälfte von dem, was man im Vorjahr da reingenommen hat, halt nochmal her. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dabei. Also generell Short, ja, auch bei dem Tagesschart, da sieht das ja halt alles nicht mehr long aus. Das ist gar keine Frage. Und also hier den Versuch von der Gegenbewegung halt eben nach Norden, die entsprechend beantwortet, schließt hier deutlich tiefer, sollte auch eigentlich, wenn es danach geht, auch nochmal tiefer schließen. Und warum hier oben, da steht es auch schon dran, das ist die Wocheneröffnung, nicht ganz an der Stelle, wir müssen gerade mal gucken. Aber halt hier, das ist diese letzte Aufwärtsbewegung, die wir halt hier haben. Und da matcht er halt relativ gut mit zusammen mit diversen Reaktionspunkten. Und er versucht halt oft schon mal ganz gerne, halt irgendwie in so eine Bewegung nochmal zurückzulaufen. Und dazu würde das halt eben auch passen. Plus eben das Bild, was wir haben, dass da halt massiv einfach doch abverkauft worden ist. Wenn ich hier mal die Skalierung ein bisschen umstelle, dann sehen wir ja nichts mehr. So, das ist so ein bisschen die Erklärung dazu. Jetzt mache ich mir hier doch einen Monolog, Nelson, verdammt. Naja, da wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Erstmal willkommen an alle, die jetzt noch zusätzlich gekommen sind. Hier ist auch direkt schon eine Frage auch zum Euro-US-Dollar-Trade, wo du deinen oberen Profit hast. Also die Frage sehe ich nicht, kannst du es mir eben vorlesen? Wo liegt dein oberer Profit im Euro-US-Dollar? Das ist immer hier hin. Bei, ähm, jetzt kann ich gleich nochmal gucken. Wo liegt der denn? Das müsste... 1.177 etwa. Also ich vermute eher so ein Run irgendwo hier in das Cluster. Oder auch hier nur knapp dran. Das ist so ein bisschen schwer einzuschätzen hier. Aber wenn man auf Stunde sieht man es ein bisschen genauer. Also das wäre so eigentlich das Minimum hier, der Bereich. Aber ich würde schon eher tippen halten, dass wir da einen Tacken höher gehen. Mal gucken. Pivot-Punkte werden ja immer ganz gerne angelaufen bei sowas. Und da haben wir hier aber nicht wirklich viel. Da ist der Vortages-Pivot und der deckt sich damit. Das wäre so die Größenordnung. Also das würde passen. So bei 1.176 ungefähr um den Dreh. Und das wäre so das möglich Denkbare. Es kann natürlich auch ganz anders sein. Ich meine, es kann sein, dass er einfach da unten durchrutscht. So, dann war es halt nichts. Also ganz klar. Ich weiß es nicht. Und das ist halt eben nur. Aber das wäre so diese typische Bewegung, die man halt hat bei den NFPs, die dann erstmal in Form eines Fehlausbruchs dann halt kommen. Und dann halt nachher rapide wieder zurücklaufen. Dazu würde es halt passen. Weil wenn man sich das Bild halt mal jetzt in Stundenkerzen als Beispiel weiterdenkt, wäre das ja halt auch plausibel. Dass er halt einfach ein Stück da hochläuft. Ja, so in mehreren Stunden. Und dann halt hier nochmal irgendwann abfällt. Und bei den NFPs passiert ja nichts anderes. Anderes ist halt nur alles dann halt wesentlich schneller. Aber vom Prinzip her ist es halt das Gleiche. Und ich sage halt immer, da sollte man irgendwie aus einer Minutenkerze, sollte man sich eine Stunde denken. Und dann ist man eigentlich da relativ nah dran an dem, was da wirklich passiert. Das sieht natürlich nachher in der Stundenkerze wahrscheinlich da wieder so aus, dass wir einfach nur einen Strich nach oben haben, einen Strich nach unten. Und irgendwo in der Mitte pendelt sich das Ganze ein. Wenn man das aber auseinanderdröselt auf Minutenkerzen und die dann halt gedanklichen Stunden verteilt. Und dann hat man eigentlich wieder ein klareres Bild. Und was den DAX angeht, also den finde ich momentan leider ein bisschen, wie gesagt, katastrophal. Man sieht aber auch hier auch, ja, das ist halt so, da passiert nichts mehr. Die hochsteigen zwar noch, die tiefsteigen zwar hier noch an, aber das sieht schon sehr flackig halt alles aus, ja, das ist halt nicht mehr schön. Und sowas bricht eigentlich eher auch nach unten. Ich bin jetzt zwar nicht so der Diagonal-Trader, sondern arbeite wirklich nur rein vertikal, beziehungsweise horizontal, aber wenn man hier mal eine Linie dran zieht, das schreit schon danach, nach unten aufzulösen, nicht nach oben. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr bullisch. Ja. Nichtsdestotrotz, klar, kann es aber eben auch. Deswegen gibt es auch hier überall Stop Loss, wie man sieht. Das ist immer schön, wenn man eine Idee hat, aber letzten Endes muss der Markt ja auch mitspielen. Das ist ganz klar. Und jetzt hier hängen wir halt auch gerade so ungefähr an der Kante, ja, und auch hier von unter dem Kasser-Open unter der Future-Öffnung. Und das ist so alles, das mag natürlich immer täuschen, aber sieht so ein bisschen aus wie mit letzter Kraft. Aber, wie gesagt, hält die nicht davon ab, trotzdem nach oben nochmal zu gehen. Und auch da oben stehen zu bleiben, who knows, keiner weiß es. Das stimmt. Dow Jones habe ich gar nicht auf dem Schirm. Da wollte ich dich gerade fragen, ob du da auch nach Meinung zu hast. Hat der gestern das 46. Rekordhoch in diesem Jahr gemacht, also verkennt nur eine Richtung. Der kennt nur noch eine Richtung, ja. Also, da weiß ich halt nicht, wo man ansetzen soll. Also, letzten hatte ich irgendwie da einen schönen Entry, der war aber leider nur auf dem Testkonto für die MT5-Version. Und der ist gelaufen bis zum Gehtnichtmehr. Und der war halt echt schön, aber hier halt auch nicht. Dann kann ich ja auch mal kurz mal irgendwie groß machen. Das ist halt auch, da oben stagniert es halt. Da ist das Gleiche wie im DAX. Der steht innerhalb der letzten Stunde von gestern. Und da kann man jetzt eigentlich würfeln. Wobei der noch relativ gesund aussieht da oben. Da ist ja nichts passiert. Der steht einfach innerhalb dieser Stundenkerze. Das war es. Mehr nicht. Und da, unmöglich, da irgendwas abzuleiten. Da hat gerade jemand gefragt, was ist das für ein Indikator? Genau. Das ist wie eine Selbstentwicklung. Also, der bildet das ab. Ja, also, der fasst halt Außenstäbe nach Markttechnik sozusagen zusammen. Und beziehungsweise bildet dann diverse Zonen und Cluster. Und was man damit halt ganz gut machen kann, also zumindest im Euro, habe ich es mittlerweile festgestellt, dass man mit dem relativ genau vorhersehen kann, wie weit die maximale Ausdehnung von der nächsten Kerze ist. Und das sind dann halt zum Beispiel diese Geschichten, die hier angezeigt werden. Wie das jetzt im Euro zutrifft, weiß ich nicht. Also, dazu beobachte ich den gerade. Ist aber trotzdem relativ hilfreich, um genau sowas zu erkennen, ja, wo man dann einfach sieht, da passiert nichts. Da ist nichts passiert. Da muss man auch keine Entscheidung treffen. Und erst, wenn das jetzt zum Beispiel hier umdreht und dann ein roter Kasten kommt, dann weiß ich, alles klar, ich habe eine markttechnische Umkehr hier zumindest mal. Und was er halt eben auch macht, ich habe ja eine eigene Methode zum Beispiel, um Breakpoints zu ermitteln. Das heißt also Marken, die dann halt als nächstes relevant werden. Und das ist halt auch eine eigene Methode. Und der Indikator macht das halt eben automatisiert. Also, ich muss ihm noch ein bisschen Nachhilfe geben, damit er das noch besser macht. Aber vom Prinzip her macht er das. Also, ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal im Euro tatsächlich besser als im DAX. Und darauf funktioniert das auch gut, wenn ich das hier mal einschalte. Und da sieht man leider aber auch schon das Chaos, was da halt kommt. Und so, jetzt hier zum Beispiel, wenn er auf Stundenbasis rechnet, dann berechnet er hier solche Bruchpunkte. Das ist zum Beispiel jetzt nur mal als Vergleich. Das ist halt einfach ein Chaos jetzt hier, aber mittlerweile, weil das ist zu viel. Das ist zu viel geclustert hier an der Stelle. Beziehungsweise, Moment, da war es ja gar nicht. Das ist ein bisschen klein hier dargestellt. Also, im Euro sieht man es eigentlich besser. Also, der Euro, jetzt hier mal zum Beispiel, das sind solche Bruchpunkte, die der halt ermittelt, die dann auch wichtig werden. Und hier sieht man zum Beispiel ganz deutlich, die Sachen, die waren halt schon vorher da. Das sind schon ganz klar eindeutige Reaktionspunkte, die der ermittelt. Und die man dann auch handeln kann. Und es ist nicht so ganz einfach, aber es funktioniert. So, kriegen wir jetzt hier ein bisschen Bewegung, oder wie sehe ich das? Ja, zwölf Minuten bis zu den Zahlen und bewegt sich ein bisschen was. Hier ist noch eine Frage reingekommen. Sie sprechen immer von Gruppe. Welche Gruppe ist damit gemeint? Kannst du hier an der Stelle für deine Facebook-Gruppe Werbung machen. Ja, genau. Das ist die Facebook-Gruppe. Wie heißt der nochmal? Traders? Traders Club von StereoTrader.net heißt die Gruppe. Genau. Und da stellt jeden Tag eben auch halt diverse Setups vor, beziehungsweise halt Gesamtbild und Poster auch Trades und Setups dann auch während des Tages. Und auch schon mal Handelstechniken eben mit dem StereoTrader, was man mit dem halt eben auch anders machen kann. Zum Beispiel dann halt eben in Form vom Live-Trading, wo dann zum Beispiel dann halt auch mal Trading-Stops oder sowas dann halt zur Anwendung kommt. Also, was man da jetzt als Beispiel am besten verwendet. Und da sieht man halt auch immer ganz schön im Live-Trading, dass gerade solche Geschichten wie Trading-Stop, dass die halt dann auch echt bessere Ergebnisse bringen, wie wenn man jetzt irgendwie von Hand zu Fuß entscheidet, wo man rausgeht. Also, ich bin ja da auch ganz gut drin, mich selbst auch zu veräppeln. Und habe mich dann auch schon oft gefragt, warum hast du den nicht laufen lassen, den Trading-Stop? Der hat es hundertmal besser gemacht, als du irgendwie manuell. Und das sind solche Geschichten, die kommen eben in der Gruppe dann halt auch zum Tragen und werden dann eben gezeigt. So, was will der Euro da jetzt? Ja, hoffentlich hoch. Das wäre mal eine Maßnahme. Ja. So, wir liegen ja schon da oben. Hup, 0,20 ist ein bisschen wenig. Kann man ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise, ich kann die ja verteilen. Ist ja sowieso alles Limit-Pullback eingestellt. Und wenn da eine, wenn da zu schnell kommt, und dann passt das schon. Es ist halt hier nur schade, dass ich mit so einer kleinen Position hier drin bin. Ich wollte da schon eigentlich mit dem Lot mitgehen nach oben. Oder generell in welche Richtung auch immer. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Jetzt werden es ja gleich rausfinden. Genau. Passiert kann hier nichts mehr. Die Position ist auf jeden Fall im Gewinn. Aber außer wir kriegen jetzt ein Gap von 100 Punkten da unten, dann das wäre schade. Aber so, ich schalte mal hier um auf 30 Minuten. Jetzt erst mal. Und gehe dann gleich auf eine Minute. 30 Minuten deswegen, aus einem ganz einfachen Grund, auch zu den NFPs. Also ich bin immer, beziehungsweise ich handle nach dem Motto, Charts machen News und nicht umgekehrt. Und da die um 14.30 stattfinden, und um 14.30 eben die 30-Minuten-Kerze fertig wird, deswegen bin ich da auch entsprechend jetzt erst mal auf 30 Minuten unterwegs. Und gehe dann aber nachher auf eine Minute, weil dort sieht man dann gleich ein bisschen deutlicher, was dann eben passiert. Eine Frage zu deiner Strategie heute, ob du eine EMA heute beachtest. Das Einzige, worauf ich, also ich habe den zwar immer eingeblendet, den EMA 200, ich handel den aber nicht. Was aber eben auffällt, ist, dass der bei den NFPs einfach wirklich oft gerne angelaufen wird. Und also der EMA 230 Minuten. Mal gucken, das würde tatsächlich auch wieder hier zu dem passen, was ich da oben vorhabe. Wir werden sehen. Also das ist eigentlich der einzige Grund, das habe ich halt öfter schon beobachtet, dass dem so ist. Aber handeln, also ganz und gar nicht. Es ist halt nur immer ganz nett, wenn man dann sieht, dass der dann halt irgendwie gerade an so einem Punkt ist, den ich dann halt eben aus anderen Gründen handele und man dann sieht, dass es dann halt passt. Also zum Beispiel, ja. Aber in der EMA wäre jetzt für mich kein Grund, irgendwie short, long zu gehen oder sonst irgendwas. So, Dax hier ganz klein. Bitte? Nee, nee, fahr ruhig fort. Hier ist noch eine Frage zum Indikator, aber ich denke, das machen wir dann nach den Zahlen. So, acht Minuten haben wir noch. So, den Namen der Facebook-Gruppe habe ich auch nochmal in den Chat reingeschrieben, da es eben nicht verstanden wurde. So haben es jetzt auch alle schriftlich. Und hier kommt die Frage rein, hi Dirk, mit welchem Stop? Mit welchem Stop? Ja. Achso, ich bin jetzt hier im Euro aktuell eigentlich unter Null. Also, weil ich habe jetzt einen Teil hier rausgegeben, einfach aus Risikogründen und der ist jetzt hier momentan bei Null. Und da oben, da lasse ich mir tatsächlich dann mindestens 10 Punkte Luft eigentlich. Also initial geht er erstmal auf 10, weil ich ja halt hier, ich betrachte das als gesamten Trade und jetzt nicht als einzelnen, also den ich dann halt irgendwie extrem eng absichern muss, sondern habe ja dann halt Luft, wenn er das machen sollte, ja. Also einfach durch den Gewinn, der sich hier raus ergeben würde, von dem, was aus der Long-Bewegung stammt. Wenn er es macht, ja. Also nochmal, deswegen, also auch ganz klar, bitte nicht nur, weil ich jetzt hier Long bin, irgendwie Long gehen. Und es kann auch genauso gut fürchterlich in die Hose gehen. Also, und oft war es auch schon so, gerade bei den NFPs, dass dann Sachen, die halt, das wird auch jeder bestätigen können, der hier dabei ist, dass dann halt Sachen besprochen wurden, ja. Und während den NFPs ist nichts passiert. Und dann irgendwie nach Markteröffnung, 15.30 Uhr ist dann alles plötzlich aufgegangen. Also es gab auch schon irgendwie zwei Nachklappe. Also ich habe zweimal ein Video danach gemacht, noch zu den NFPs, wo ich dann halt dann nochmal danach gezeigt habe, hey, ja siehste, genau das meinte ich eben. Aber es ist halt manchmal so, dass es eben dann erst, erst später dann halt kommt. Und dann sind wir halt hier nicht mehr online und dann ist es natürlich dann noch umso blöder, wenn man dann halt nicht mehr weiter weiß an der Stelle und dann da halt steht, deswegen bitte auf keinen Fall nachhandeln. Außer ihr habt die gleiche Idee, dann steht es euch natürlich logischerweise frei. Was übrigens letztens auch war, vielleicht hat es auch der ein oder andere beobachtet, da war die Frage mit dem DAO, da hatte ich halt auch gesagt, der ist im Kontext short, ja, das betrifft auch zum Beispiel diesen Indikator. Der hat nämlich gesagt, hier Kontext short, also hier ist jetzt Kontext long, ja, also blau ist long, rot ist short. Und haben wir auch ein bisschen rumdiskutiert und haben das dann auch gezeigt. Und nach den NFPs, zwei, drei Tage später, ist der DAO dann eben auch tatsächlich, ohne dass er da irgendwie noch ein neues hochgemacht hat, dann auch 350, 400 Punkte gefallen. Und das auch nur mal als Beispiel, ja, es muss nicht immer bei den NFPs aufgehen, aber was sich bei den NFPs zeigt, das war bisher jedes Mal so, ist tatsächlich dann auch für die nächsten Tage, wenn nicht gar vier Wochen relevant. Und von daher, genauso wenn es jetzt hier komplett andersrum läuft, ja, also wenn es jetzt hier, wenn der Euro als Beispiel runterschmiert und da heute nicht mehr hochkommt, würde ich trotzdem wetten, dass wir das da oben relativ zügig nochmal sehen, den Bereich, nur mal als Beispiel. und das sollte man oder darf man sich gerne im Hinterkopf behalten, dann eben auch die Marken, die auch hier entstehen. Beim DAX habe ich zum Beispiel die 916, die hätte ich gerne mal gesehen, die hat er nämlich gestern irgendwie vergessen. Und das ist einer von diesen Breakpoints, die der Indikator errechnet und da ist er einfach mal drüber weggeschwebt und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der dürfte noch relevant werden. Also 12.916. Der DAX wird also vergesslich. Sehr gut. Ja, aber der vergisst halt nichts, ne? Nicht wirklich. Also der holt es dann halt nach. Das ist wie mit allem. Wenn irgendwelche Punkte nicht bestätigt wurden und dann wird es halt nachgeholt irgendwann. So, aber hier im DAX bin ich jetzt aktuell. Was habe ich da für einen Stop? Ja, sechs Punkte. Also, ob das was nutzt, das ist eine gute Frage, weil es kann ja auch sein, also ein Gap gibt nach oben und dann fliegt die halt ohne Stop. Das ist auch klar. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen risky. Aber die Position ist ja auch überschaubar. So, der Euro, der macht den Anschein, als würde er es gleich versuchen. Mal schauen. Vier Minuten haben wir jetzt auch noch. Ja, dass er das versucht, da oben rauszugehen, das ist schon klar, in Anführungszeichen. Also das ist ja auch immer so ein bisschen mein Motto, so den Versuch handeln, wenn man die Entscheidung mitträgt, wird es meistens teuer. Aber den Versuch hier, das war relativ unriskant. Also da auch halt morgen jetzt hier long zu gehen. So, drei Minuten noch. Genau. Ansonsten bis jetzt keine Fragen im Chat bezüglich deine Trades. Soweit alles klar. Sind noch Teilnehmer dazugekommen, auch an der Stelle nochmal willkommen. Die Aufzeichnung wird das später natürlich geben, wenn alles geklappt hat. So, jetzt kann es halt hier natürlich passieren, wie gesagt, ich bin halt hier echt nur ganz knapp jetzt im Plus, irgendwie hier mit 10 Pip. Kann halt sein, dass ich jetzt einmal kurz die Biegen nach unten mache und dann nach oben, oder das ist halt eigentlich zu knapp, um das drin zu lassen. Das ist halt schade. Reaktion jetzt beim Euro, kurz vor den Zahlen. Vielleicht eine Frage an die Teilnehmer jetzt noch schnell, ob sie aufpositioniert sind zu den Zahlen oder lieber abwarten und erst nach den Zahlen handeln. Ja, auch hier gemischt. Einige sind schon dabei, andere warten ab. Das Ding ist nur, wenn ihr das nicht schafft, ja, rein markttechnisch, geht ihr nach unten. Das ist halt so das Problem. Es sollte wirklich halt echt ein paar Sekunden davor besser da oben drüber stehen. Also, weil ich halt auch immer sage, eigentlich passiert da halt nichts anderes. Und wenn er das da oben nicht schafft, da raus zu gehen, ist die natürliche Reaktion leider nach unten. Deswegen bin ich auch nicht so wirklich glücklich mit der Position hier. Gut, eine Minute nach meiner Uhr knapp. Also, jetzt wird es richtig spannend auch hier, wenn man sich die ganzen Nachrichtenportale, Newsportale sich anguckt oder Twitter. Die werden jetzt auch alle langsam nervös. Ja, der Dauer kommt auch so ein bisschen runtergeklettert hier. Ja, sieht man jetzt halt schon. Da geht natürlich der Spread auseinander. Also, kann ja sein, dass ich hier wirklich im letzten Moment auf den Knopf drücke. Weil der muss da oben drüber, wenn das was werden soll. Jetzt wird es ein bisschen volatiler. Ja, genau das meinte ich halt. Das kann natürlich passieren. So, DAX erstmal richtig. Aber gut, die ist ja auf jeden Fall so oder so ein Plus raus. Minus 33.000 erwartet waren 80.000. So, was macht der? Der DAX hält der oder hält der nicht? Ei, 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 ei. Ja, ist noch was übrig geblieben. Auf jeden Fall ein Plus, das ist okay. Okay. Ja, der DAO hat mal ein bisschen Kräfte, was heißt kräftiger, vieles ist halt auch alles nicht. Ja, aber hat man jetzt schön gesehen. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn er das nicht schafft, das ist eine ganz normale Reaktion, dann halt eben auch, dass er dann nach unten geht. Also, er hätte schon, wäre besser gewesen, er wäre hier drüber gewesen, einfach um 14.30. Dann hätte das Ding wesentlich mehr Chancen gehabt, danach eben nach oben weg zu rennen. Aber so ist er ganz einfach nur an diesem Punkt gescheitert. Nicht mehr, nicht weniger. So, und jetzt sehen wir hier halt auch, mal gucken, wie das hier aussieht. Auf Stunde. Ja, Pivot hier unten. Da bin ich auch mal gespannt, ob der jetzt von da unten hochkommt oder direkt durchfällt. jetzt, so, den DAX machen wir mal zu. Dem traue ich hier überhaupt nicht. Ja. Deswegen, das ist halt so knapp. Also, das letzte Mal war ich, glaube ich, irgendwie, bin ich mit einer Position reingekommen, die war, lag irgendwie 70 Pip vorne. ne, und da kann man dem natürlich echt extrem entspannt dann zugucken. Mal gucken, wie nachhaltig jetzt die Bewegung im Euro tatsächlich ist. Ich glaube nicht, dass die nachhaltig ist, aber gut. Glauben heißt nicht wissen. Richtig. Erstmal abwarten. Gold reagiert auch, sehe ich da bei dir. Genau. Geht auch mal ein bisschen in die Knie, aber er hängt hier unten nur am Pivot jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal weiter gar nichts. So, was habe ich im DAX verdient? 1,20 Euro, ne? Ne, 2,70 Euro. Ne, 2,70 Euro plus ist immer noch besser als 2,70 Euro minus. Das ist ganz klar. So, jetzt. Mal gucken. Geht hier durch den Pivot durch. Was ich hier drauf bringen, short, auch nicht mehr gut jetzt. So, mal gucken. Da hatte ich doch gestern noch. Tagesschalt mal gucken. Was wir da noch ein nettes haben. Also, hier wäre natürlich auch so ein Peak. Das wäre jetzt hier nach dem lustigen Indikator übrigens die maximale Ausdehnung. Mal gucken, ob er sich daran hält, auch bei den News. Habe ich bisher nämlich noch nicht beobachtet. Also, hier der IR1N beziehungsweise knapp drunter. Das wären so die beiden Bereiche. Aber wie gesagt, bei News keine Erfahrungswerte. Deswegen gibt es den auch noch nicht. So, nochmal eine Zahl noch. Die August-Zahlen wurden auch nach unten revidiert. Hier wurde auch im Chat auch geschrieben bezüglich den Zahlen, dass, ja, die Werte entsprechend sich verhalten müssen. Aber wir kennen das ja bei Nachrichten. Die müssen gar nichts. Und jetzt ist die Frage, wie der Markt das tatsächlich interpretiert. Weil man muss bedenken, als die Unternehmen befragt worden sind, war gerade die Hurricane-Phase, wo sowieso nichts lief. Deswegen spannend zu wissen, wie der Markt das Ganze interpretiert jetzt. So, der DAX macht überhaupt nichts. Wie man sieht, hängt immer noch in dieser Stunde drin. Das ist unglaublich. Also von daher immer noch kein Signal in keine Richtung. So, das kann man aber zum Beispiel mal machen. Kann man mal versuchen. Ob man den noch ein bisschen weiter mit nach unten kriegt. Nee, war einfach nur eine Wiege über dem Pivot, wie es aussieht. Der DAX sieht immer noch hässlich aus. Nee, zieht hier hoch. Okay. So, das wollen wir gleich noch mal versuchen. Gold erholt sich auch von der Bewegung wieder. So. Mal eine Nummer größer hier im 5-Minuten-Chart. So, da unten wäre das Maximum, wie gesagt. So. 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 Hier kommt eine Frage rein. Hallo. Mal eine Frage. Gehört jetzt zwar nicht zu den NFB-Zahlen, aber wird der Gilder noch ein Video machen zum neuen Add-on des Mark-Profil, das Mark-Profil? Ach so, ja. Da, äh, tatsächlich wollte ich nämlich noch was machen, ja. So, mal gucken, ob der hier in die Pette kommt. Will er wahrscheinlich auch nicht so, wie es aussieht. Na doch, kommt ein bisschen Bewegung hier auf. So. Und der ist doch schon besser. So, dann hängen wir mal direkt hier dran. So, okay, raus. Ja, ich meine so. Das ist immer noch nicht viel. Ne, auch im Euro nicht, ne. Also, das ist halt nicht, das ist halt noch nicht viel. Auch im DAX hier, ne. Ich meine, kann man doch einfach das Ding oben und unten handeln. Ja, das ist, aber es ist halt Nonsens, ne. Wahnsinn, wie der sich schon den ganzen Tag da innerhalb dieser Range sich bewegt. Ja, gestern das gleiche Spiel, ne. So, jetzt mal gucken. Jetzt hier nochmal ein bisschen Marktechnik im Euro. Das heißt, da oben war der letzte Knick. Mal gucken, wie er jetzt damit umgeht. Das heißt, um das jetzt hier wirklich nochmal umzudrehen, müsste er dann ja da oben drüber. Und das sieht dann einfach um 30 Minuten so aus, dass er halt hier die Farbe wechseln muss, beziehungsweise im Stundenchart müsste er hier die Farbe wechseln. Und nichts anderes ist das ja dann im Endeffekt. Ja, aber wo will man hier handeln, ne. Ich habe mir jetzt hier gerade mal ein paar Punkte geskypt. Einer ging daneben, einer war gut. Also, wenn man die nächste ist, fertig wird, ist die 15 Minuten. Die hat auch das Problem, dass ich gerne die Farbe wechseln würde. Also, Dow Jones ist zumindest bei der Reaktion einigermaßen stabil. Also, der hat jetzt kein Reverse hingelegt, aber... Genau. Und Gold ist auch nur ein Hin und Her, ne. Ja. Aber auch wenig. Also, von der Gesamtbewegung, finde ich, im Euro, das ist irgendwie gerade mal 40 Pip. Das hat nicht viel. Jetzt mal die erste Viertelstunde mal abwarten und dann mal... Vielleicht sieht man dann schon ein bisschen mehr. Genau, vielleicht dann die eine Frage, die wir schon vorhin hatten, bezüglich eines Indikators. Und zwar, wo war das? Gibt es einen Indikator, der zum Beispiel einen zweiten Wert anzeigt? Also DAX und S&P zum Beispiel. Ja, klar. Also, das ist der Correlator. Der ist auch dabei beim Stereo Trader. Das heißt, da kann ich wirklich zwei Werte übereinander blenden. Und kann mir angucken, wie weit die auseinanderlaufen. Das kann man damit stressfrei machen. Dann kann ich ja nachher mal gucken, das vielleicht nachher mal irgendwie kurz zeige. Aber es ist halt auch immer die Frage, inwieweit ist das wirklich hilfreich, ne. Weil Korrelationen laufen auseinander und laufen wieder zusammen und wieder auseinander und weiter auseinander und enger zusammen. Also, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Im Endeffekt könnte man eigentlich alle Werte übereinander legen und korrelieren und sich die Korrelation angucken. Da wäre wahrscheinlich alles null. Das ist halt so. Das ist halt so. S&P gibt auch nach, sehe ich gerade. Ja, aber was fängt man damit an? Ich meine, der hängt hier einfach auch nur auf Widerstand rum. Aber hier im DAO sieht man es, glaube ich, jetzt irgendwie gerade ganz schön. Ja. Das war das Maximum. Da ist er genau stehen geblieben, ne. Ist schon spannend, das Ding. Da weiß man zumindest, wo man raus soll, wenn man da short ist. Ist natürlich jetzt halt auch die Vortages-Fibo. Aber, das passt schon, ne. So im Euro, wie gesagt, da kann ich es echt bestätigen. Da kann man sich das wirklich ziemlich genau angucken, was da passt und was nicht. Und wie gesagt, bei News habe ich da jetzt nicht so wirklich Erfahrungswerte damit. Mal gucken. Ja, der H4 hat nämlich gepasst. Genau. Ist die Idee dabei, nur die erste Reaktion zu handeln? Nur die erste. Nur die erste. Ja, ja, klar. Also im Euro ist es dann halt so, wie gesagt, bei News, ja, das ist jetzt gerade Neuland hier für den Indikator, aber so im Stundenchart oder 30 Minuten. Der muss dann halt wirklich einmal aus so einem Kasten raus, muss einen neuen ausbilden, neue Grenze ausbilden und dann kann er auch erst weiterlaufen. Also das habe ich jetzt beobachtet, ich will schon ziemlich lange. Und mache dann zum Beispiel an solchen Stellen dann auch ganz klar irgendwie einen Teilverkauf oder halt eben, oder werfe auch alles raus und warte dann erst mal ab. Das ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Hier kommt eine Frage beziehungsweise ein Wunsch, ob du den Chart vom Euro-US-Dollar größer machen könntest, also wirklich ein Gesamtbild zeigen könntest. Ja, dann sehe ich nur leider sonst nichts mehr. Genau. Ich warte darauf, dass sich hier irgendwo was ergibt, wo man auch handeln kann. Und wenn der DAX hier unten drunter schließt zum Beispiel, würde ich ja halt hier auf Short gehen. Das kriege ich dann halt nicht mit. Im Euro bin ich jetzt hier auf, kann es trotzdem mal kurz zeigen, vier Stunden. Aber was sagt uns das? Aktuell nichts noch, außer dass er halt fällt. Die Frage ist, bis wohin? Also das, was ich ja vorhin gezeigt habe, im Daily maximal bis hierher, deckt sich halt hier auch genau mit diesen Punkten, mit dem Reaktionspunkt und mit dem hier. Aber wie kommt man da rein? Das ist halt echt die Frage. Was man halt hier vielleicht echt machen könnte, das würde ich bei den News eigentlich auch immer schon mal machen. Aber jetzt, wenn die Viertelstunde um ist, ist hier mal die strategische Order als Beispiel mal an Start bringen. Und mit der zum Beispiel Shorten. Ich kann ja mal gucken, was die überhaupt machen würde. Da hängt hier natürlich auch so ziemlich blöd über den Pivot-Punkt halt fest. Also die strategische Order, um das mal kurz zu erklären, die würde sich halt verteilt eindecken hier für Short als Beispiel. Ja, macht dann überall kleine Positionen, löst dann halt immer wieder auf. Jetzt hier zum Beispiel geht die halt Short und nimmt dann halt zum Beispiel Rückläufe mit. Und fliegt auch mal raus, ganz klar. Also das heißt, die baut hier so ein Grid, wie man sieht. Und deckt sich damit dann halt quasi dann verteilt ein. Und das hier würde auch zum Beispiel immer sofort weggetrailt. So, das heißt, die verdient auch immer wieder Geld. Zack, 5 Euro. Und dann kann man direkt das nächste Grid dran setzen. Und dann hat man zum Beispiel das Rauschen, kriegt man halt damit eingefangen. Und es kann halt auch nicht passieren, dass die jetzt hier oben rausläuft und dann zum Beispiel halt eben alle Orders fillt und ich da Margin Call kriege oder so. Das kann nicht passieren, weil das Grid ist miteinander verkettet. Und das heißt, es wird immer nur eine Order gleichzeitig gefillt, maximal. Und der Rest wird mit nach oben geschoben, bis es dann halt passt. So, aber so kann man zum Beispiel das Rauschen einfangen. Ja, das macht er hier ja gerade ganz gut. Das heißt, es setzt immer, wie man sieht, setzt hier immer wieder zum Trail an und nimmt dann halt immer so die ganzen kleinen Bewegungen mit. Und wieder. So, kann man direkt nochmal machen. So, Gold gibt jetzt etwas mehr nach. Ja, sieht man, da zieht er das Ganze, den ganzen Pack hier mit hoch. Schiebt das ganze Grid, jetzt sieht man schön, ne? Das heißt, man kommt nicht irgendwie an einer ganz doofen Stelle da rein, sondern zieht das ganze Paket mit nach oben. Noch keine einzige gefillt bisher. So, jetzt ist er drin. Das war eigentlich gerade ein schöner Vorführeffekt auch, wie das Ganze funktioniert. Also, das hat eben dann auch entsprechend keine Gefahr dargestellt, dass da halt eben alles gefillt wird. Zwischenfrage hier, ich glaube, die häufig gestellte Frage hier, Meta-Trader 5-Version. Ja, eigentlich fertig. Da hakt es halt einfach so ein paar technischen Sachen hier mit, ja, momentan einfach nur die Order-Ausführung. Es sind Kleinigkeiten halt noch. Eigentlich sollte das diese Woche losgehen mit dem Beta-Test. Verzögert sich aber nochmal leider um ein paar Tage, aber ist eigentlich, eigentlich alles fertig. Und wie gesagt, da gibt es halt nur noch so ein paar Sachen jetzt eben abzustimmen. Mal hier direkt nochmal. So ein paar Sachen abzustimmen, eben von der Order-Ausführung, wo noch nicht ganz klar ist, woher da die Meldungen kommen. Also, es sind Kleinigkeiten noch, aber im Großen und Ganzen ist das soweit startklar. Wie ist beim Grid der Limit-Pullback eingestellt? Der steht Standard auf 1, steht der einfach hier jetzt. Also die Einstellung, die man auch da in den Optionen einstellen kann, ne? Mhm. Genau. So, jetzt muss man hier nur gucken. Das soll natürlich jetzt möglichst nicht hier komplett da oben drüber wieder gehen. Und dann wird es halt irgendwann eng. Der wehrt sich hier schon so ein bisschen arg, ne? Lass mal gleich gucken. Eventuell muss man das dann umdrehen einmal. Wird der DAX dem DAO und der S&P jetzt folgen, oder? Große Frage. Tja, nächste Frage. Es wäre sehr wünschenswert, ja, wenn er es endlich mal macht, ne? Ja, S&P gibt weiter nach. Dow Jones auch. Dirk, wie lange muss ich das Handbuch des Stereo Trader durchlesen, bis ich ihn beherrsche? Ja, am besten sind eigentlich die Videos, also weniger ein Handbuch. Also Videos finde ich da halt schon, so, jetzt kann man es hier mal wagen. Der geht schon deutlich da drunter. So, jetzt müssen wir auf den Euro aufpassen. Damit der hier nicht alles nochmal klaut, was er eingesammelt hat. So, dann haben wir im DAX jetzt gleich erstmal ein Gap. Hier ist das krasser Gap von gestern. So, und dann hier auch der Punkt. Das heißt, raus. Ich habe wenigstens mal ein paar Punkte hier eingesammelt im DAX. So, für alle Teilnehmer, die den Stereo Trader noch nicht kennen, beziehungsweise noch nicht installiert haben, habe ich auch nochmal in den Chat den Link zu unserer Webseite gepostet. wo Sie dann alles entsprechend herunterladen können und sich nochmal informieren können. Ja, im DAX, das war ja gerade einfach. Der letzte zumindest. Hat der DAX eben auch an der Projektion reagiert von deinem neuen Indikator? Genau, also hier liegt das Gap halt genau drauf. Deswegen bin ich auch hier raus. Also die beiden dann halt, das war dann jetzt schon Exit erstmal. Also der kann tiefer. 916 wäre halt schon so eine Größenordnung, die ich gerne mal sehen würde. Muss er aber nicht in einem Rutsch machen. So, 21 Minuten nach den Zahlen sieht der Dow Jones immer noch eher negativ aus. Mal schauen, wie es nachher zur Wall-Street-Eröffnung wird. DAX kommt doch in der Lärm. Das Bild hier, zack, nach unten aufgelöst. Aber Hauptsache noch einmal sinnlos nach oben vorher. So typisch. Ja, ist der da freiwillig weiterfällt? Glaube ich noch nicht. Okay. Okay. Die Teilnehmer, die abgewartet haben, die Zahlen abgewartet haben, haben sie sich mittlerweile positioniert oder noch kein Setup gefunden? So, jetzt haben wir hier im DAX nochmal die 55. Die war ja auch relevant die letzten Tage. Am Montag haben wir die auch schon gehabt. Ein DAX-Short ist dabei bei den Teilnehmern. Ja, ich wäre vorsichtig. Also hier war die, die hat schon einen ordentlich guten Job gemacht die letzte Zeit. Die 55 kann es nochmal ordentlich nach oben reagieren. Also long gehen sollte man da jetzt auch nicht unbedingt. Aber dann zumindest mal halt irgendwie dann doch besser halt irgendwie was mitnehmen. So, der Euro verdient wieder Geld hier. Die strategische Order. Und raus. Das hat man jetzt glaube ich schön gesehen. Also ich meine, man kann ja die Automatik hier für den Exit ja auch abschalten und kann sich dann halt einfach auf die Art und Weise automatisiert an der Vola und kann man sich dann halt entsprechend Positionen zusammensuchen. Der war aber jetzt nicht auch zu viel, aber das passt schon. Ja, der DAO macht hier irgendwie einen auf Stein. Aber eben hier durch dieses Averaging, was die hier gemacht hat. Also da wird auch zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein halbes Lot eingestellt und das auch nochmal kurz zu erklären. Das wird dann entsprechend halt dann auch an dem halben Lot ausgerichtet. Ja, also das heißt, wenn meine normale, zum Beispiel ich habe jetzt hier irgendwie einen Stop-Loss von, was waren das jetzt, acht Punkte oder so, acht Pip. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Risiko berechnet ist, als Beispiel mit dem halben Lot auf die acht Pip und dann verteilt der entsprechend das auf einzelne Orders so, dass mein Risiko letzten Endes sogar geringer ist. Also eigentlich nur halb so groß wie mein normales Risiko. Und das heißt also, den Average, also den Durchschnitt, den ich mir hier bilde, ist dann dazu da, einfach weil ich ja nicht genau weiß, wo reagiert es denn jetzt? Geht es jetzt weiter? Geht es nicht? Ich brauche eine grundlegende Idee, die war jetzt an der Stelle nach unten. Und dann kann ich mir eben so automatisiert, kann ich mir die Position dann zusammenbauen lassen. Und habe dann entsprechend eigentlich ein kleineres Risiko und auch eine höhere Quote dann auch letzten Endes, weil ich ja halb im Durchschnitt den besseren Einstieg dann eben auch bekomme. Da schreibt jemand, ist long im DAX? Oh, der Joshua, der ist immer mutig. Aber macht auch oft gute Trades, muss man halt auch wirklich auch mal attestieren. Aber ich wäre hier echt vorsichtig. Lieber Joshua. Sagt man eigentlich Joshua oder Joshua? Muss ich mal kurz fragen. Also so heißt hier einer von den Teilnehmern, der auch immer in der Gruppe drin ist. Bevor ich jetzt hier den Namen falsch ausspreche. Weder noch, sagt er. Was, weder noch? Wie denn dann? Joshua? Auch nicht. Jetzt ist er beleidigt und sagt nicht. Schon eher als aber auch egal. Okay. Ich wollte ja nur höflich sein. Ja, hier, Euro. Was soll das werden? Klemmt da unten auch fest. Beim letzten Mal gab es halt wenigstens noch eine schöne Gegenreaktion. Da ging es dann im Anschluss mal ordentlich runter. So, ja gut, hier passiert ein bisschen was jetzt im Euro. Dann machen wir das nochmal umgekehrt hier. Dann gehen wir einfach mal long mit. So, gleiches Spiel nochmal mit dem Grids. So, und dann kann er da auch wieder da rumrauschen, wie er will. Solange er jetzt nicht runterrauscht, das wäre dann natürlich schade. Ja, hat er Dow Jones Feld und Feld. Ja, ja, der hört gar nicht mehr auf, ne? Ich glaube, das ist der DAX, der wird dem, ich würde das hier angucken. S&P auch. Kennt auch im Moment nur eine Richtung, zumindest Intraday. So, ich habe mich klar, kein Long hier bei 54. Ganz klar nicht. Ich könnte hier, man sieht es eigentlich aber im 4-Stunden-Chart ganz gut. Mal kurz mal groß machen. Also das hier ist halt entscheidend, also der Punkt, ja. Das ist halt hier mit letzter Aufwärtsbewegung. Kein tieferes Tief, neues Hoch. So, dann kam da nichts mehr. Beziehungsweise ein kleines neues Hoch hier noch. Und deswegen ist der entscheidende Punkt nicht die 55. Definitiv nicht. Entscheidend wird es hier unten drunter irgendwo. Und das könnte zum Beispiel hier die Unterkante sein, bei 12.945. Die 31 ist zu tief, weil die wäre ja schon hier auf den Knick drauf, hat aber für meine Begriffe trotzdem mehr Potenzial als die 55 jetzt an der Stelle. Und wenn der hier drunter kommt, dann stehen wir auch ganz schnell hier irgendwo, also bei 900. 916. Das wäre halt der Breakpoint. Der wäre auch noch hoch genug, ja. Der könnte das hier, also das ist hier so ein Entscheidungsbereich, den wir dann halt einfach kriegen. So rein markttechnisch. Also, das hier ist ja nur ein Korrekturtief. Das ist nicht so wichtig. Da kann der auch ruhig mal drunter, wo er aber nicht drunter sollte, ist dann hier unter das zweite Korrekturtief. Eins ist in Ordnung, zwei nicht mehr. Also ab hier wird es wahrscheinlich ganz schön eng und möglicherweise dunkel. Und hier unten die 840, falls wir so weit kommen sollten, da nochmal abzuprallen, dann nach Norden. Das wäre schon eine ziemliche Schweinerei. Also, weil irgendwann ist es auch mal gut. Das wäre dann wirklich so der dritte Punkt, den wir hier haben. Also einer, wie gesagt, bin ich dabei. Bei zwei eigentlich schon fast nicht mehr. Und bei drei eigentlich auf gar keinen Fall. Und deswegen, also hier kann er, das kann er machen, aber es geht halt immer so ein bisschen auch darum zu sehen, um welche Punkte geht es denn, ja. Klar kann jetzt hier die 55 nochmal ein bisschen reagieren, weil es eine Vergangenheit ja auch gemacht hat. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um diesen Punkt. Die spielt eigentlich keine Rolle von der Betrachtung her mehr. Deswegen bin ich da auch kein Fan von Long, zumal es halt eher auch Korrektiv wäre. Das heißt, weil diese Stundenkerze, das ist definitiv eine Umkehr. Also auf Stunde ist das Ding auf jeden Fall gerade nach Short gedreht. Und das heißt, wenn der jetzt hier hoch geht, ist halt die Frage eigentlich nur, bis wohin. Also, aber da oben raus, da würde ich, glaube ich, so ziemlich alles drauf wetten, dass das nicht passiert. Sondern der sucht sich her dann eher irgendwo einen Korrekturpunkt und kommt dann halt nochmal runter und wird dann halt eher den Bereich hier irgendwo antesten und dann rauszufinden, ob es da tiefer geht oder, ja. Ob es ab da nochmal irgendwie halt eine Beversalbildung gibt. Ja, passt gerade zu der Frage, wann wäre der DAX für dich short. Also hast du, glaube ich, damit ganz gut erklärt. Und hier meine Geldverdienmaschine, die macht ihren Job hier. Das braucht gar nichts zu tun. Der macht das alles von selbst hier. Ja, schön, ne? Das sieht auf jeden Fall erfreulich aus. Definitiv. So. Bin natürlich jetzt ein bisschen arg klein hier drin, aber ist ja egal. Spielt ja keine Rolle. Macht ja hier seinen Job. Eine Frage zum DAX, zu der letzten Kerze gerade, ob die so eine lange schwarze Kerze eine Aussagekraft hat. Absolut. Also die schließt ja einfach unter allen, hier unter den ganzen Tiefs von den letzten Stundenkerzen. Also das ist für mich eine Umkehr. Also auf Stunde ist das Ding short. Jetzt erstmal. Und ganz einfaches Beispiel. Guck einfach mal, kann ja jeder mal machen, mal den Chart durchgucken. Wie viele solcher Bewegungen sieht man denn, wo wir hier oben eine Range haben. Ja, also wie wir sie die ganze Zeit hier hatten, wie sie eingezeichnet war. Also ich kann es ja nochmal irgendwie kurz einzeichnen. Jetzt hier nochmal ganz grob, ja. So, das war ja die Range, die er hier ausgebildet hat. So, von mir aus kann man auch hier die Peaks noch mit einbeziehen. Ist ja egal. Aber da kann jeder mal selber, die Farbe ist ja gruselig. Da kann ja jeder selber mal irgendwie im Chart mal nachgucken. Wo die ist auch nicht viel besser, aber okay. Wie oft man das sieht, dass man dann so eine Kerze hat, ja, auf Stundenbasis und dann anschließend eine, die nicht nur hier drüber geht, sondern auch da oben schließt und weiter rennt. Das hat Seltenheitswert, also sofern man überhaupt eine findet. Also das, was der machen kann, ist ein Fehlausbruch nach oben. Der wird aber nicht hier hochgehen und dann hier oben stehenbleiben und unterschließen. Also in 99 Prozent der Fälle nicht, würde ich halt wirklich, da kann man gerne mal nachgucken. Das wird man nicht finden, würde ich mal behaupten. Oder wenn, dann halt wirklich extrem selten. Und deswegen hat das schon eine Aussagekraft. Vor allen Dingen, wir reden ja hier nicht über eine Minutenkerze, sondern halt schon über eine Stunde. Und das ist ja nicht gerade wenig. Und deswegen ist es viel, viel zielführender, wenn man jetzt halt hier irgendwo guckt, wo kriege ich einen Reaktionspunkt und wo packe ich da mein Short hin. Und hier zum Beispiel, das hat jetzt der zum Beispiel errechnet, die 72. Das wäre jetzt halt so ein Breakpoint hier aus dem Indikator. Also wenn ich hier Long wäre, dann wären wir ja im Plus tatsächlich jetzt hier gerade mit ein paar Pünktchen. Wäre da auf jeden Fall mein spätester Exit. Aber eigentlich ist das hier ein Short Entry. Jetzt an der Stelle. Wenn er da hinkommen sollte, auf jeden Fall Short von meiner Seite. Ja. So, also viel mehr passiert auch hier gerade nicht. Euro ist verhalten, aber bricht das hier gerade nochmal auf. Das sieht man auch hier schön auch nochmal. Ein Marktesch. Ich mache jetzt hier aber erstmal nichts. Man ist hier nach solchen Bewegungen. Also sieht man hier zum Beispiel, das ist nochmal kurz irgendwie auch ein bisschen aufzudröseln. Also hier runtergebrochen, ja, die ganzen letzten Punkte hier mit einem Schritt überschoben nach unten. Korrektur hoch. Kein neues Tief. Zwischenhoch. Wieder kein neues Tief. Und dann in der Konsequenz, Bäm, den Punkt hier rausgenommen. Also das Korrektur hoch. So, und damit ist das Ding jetzt eigentlich erstmal Long. Außer er knallt nochmal hier drunter. Dann natürlich nicht mehr, aber in der Regel sollte der erstmal nach oben. Der darf aber, nichtsdestotrotz, hat Problem, dass auch bis hierher nochmal runterkommen. Und deswegen gehe ich da jetzt nicht sofort Long an der Stelle, weil er, wie gesagt, bis dahin nochmal korrigieren kann. Wenn er da hinkommt, dann würde ich anfangen nochmal Long zu gehen. Wenn er jetzt wegrennt, rennt er halt weg. Aber Short hier gehen ist auch nicht unbedingt eine gute Idee. Weil es hat ziemlich, weil das gerade so dieses Feld einfach hier von dem letzten hoch und zwischen dem Korrektur hoch, da kann halt alles passieren. Da kann er halt wirklich in alle Richtungen nochmal irgendwie aufbrechen. Und deswegen habe ich die jetzt auch mal kurz hier rausgenommen. Aber das sind so Sachen halt, ja, das ist genau wie vorhin eben auch. Das ist eigentlich das gleiche Bild wie heute Morgen. Und das halt, wenn man so ein Bild hat, das ist so kein neues Tief. Zwischenhoch, wieder ein höheres Tief. Und dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass es um den Punkt da halt als nächstes geht. Im DAX sollten wir das eigentlich genauso sehen. Da habe ich nur jetzt dieses, den Zickzack, den Indikator da nicht drauf. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja auch so irgendwie dargestellt. Das hier ist halt nur von Hand gemalt. Ich bin auch, der stammt auch aus den 4 Stunden, nicht aus einer Stunde. Aber ist ja egal, also der passt ja trotzdem vom Bild her. Kann man mal gucken. Also markttechnisch ist der noch nicht short. Klar. Das muss man hier oben dran packen. Weil es ist ja erstmal nur gerade, das ist ja noch nicht verletzt. Ja, aber wenn man halt so eine Bewegung hat, wo halt wirklich alle letzten, wo so eine Zone per Schlusskurs unterboten wurde, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Punkt hier drankommt. Und deswegen wäre sowas für mich nach so einer Stundenkerze kein Long mehr wert. Kein Fall. Man sieht ja auch, passiert ja auch nicht viel, ja. Das ist ja, also wenn das die letzte Stunde ist, gut, die hier ist jetzt noch relativ jung, aber mal andere 15 Minuten, ja. So, die Hälfte ist jetzt um von den 15 Minuten. Also man sieht ja eindeutig, da ist Druck drauf gerade, erstmal. Und da würde ich halt eher warten. Bis das halt nachlässt, bevor man da halt irgendwie nochmal eine Position da halt irgendwie reingibt. Also in Richtung Long. Deswegen das hier mal abwarten, was da passiert. Bitte? Nee, nee. Ich wollte nur sagen, ein Teilnehmer hat auch die strategische Buy-Order benutzt und ein positives Ergebnis damit erreicht. Also Glückwunsch an der Stelle. Ja, sehr schön. Das ist doch schön. Ja, ich hatte die tatsächlich bisher noch nie bei den NFPs dabei gehabt. Ich habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt habe ich es mal gemacht. Ich werde das nächste Mal, werde ich mal noch was ganz anderes an den Start bringen. Aber es muss vorher auch noch ein bisschen getestet werden. Und zwar, da gibt es nämlich noch was anderes. Und das dreht die Positionen. Ja, also bemisst dann halt auch die ATR und deckt sich dann entweder Long oder Short. Und zwar so lange, bis dann halt irgendwo was rauskommt. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Muss man nur ein bisschen aufpassen mit der Positionsgröße. Weil sonst hat man nachher eine zu weite Strecke, die man dann zurücklegen muss. Aber gerade bei solchen Sachen, wo es sich dann irgendwie nicht entscheiden will. Und da sucht er sich halt die Punkte und rechnet sich dann halt aus, wo er dann anfängt zu drehen. Und macht es dann halt eben auch noch öfters. Trotzdem natürlich auch keine Holy Grail, ist klar. Aber halt, dann kann man genau wie hier, muss man nicht unbedingt alle Entscheidungen selber treffen, sondern kann das eben dann auch einem Automaten überlassen. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel, da war ja vorhin die Frage, auch mit dem EMA 200, kann ich hier nochmal zeigen. Da ist er jetzt zum Beispiel auf, gut, jetzt eine Minute. Da könnte man jetzt meinen, ja, es geht um den EMA 200. Aber wenn man halt mal das wirklich nochmal ganz isoliert und neutral betrachtet, sieht man hier ganz deutlich, das war der Korrekturpunkt vorhin. Da war noch kein EMA 200. Jetzt war der EMA 200 genau an dem Korrekturpunkt. So, und dann kann man sagen, oh, da hat der EMA 200 reagiert. Nein, hat er nicht. Da war der Korrekturpunkt. Um den geht es hier. Ja, dass der halt rausgeht. Und das ist eben das, was man immer beobachten kann. Also man findet, egal was, also hier in fünf Minuten, das ist das gleiche in grün, das gleiche Bild. Da war es dann jetzt auch plötzlich der EMA. Ja, und also ich gebe da nichts drauf und jeder, der darauf schwört, sage ich trotzdem, guckt euch das Bild mal an ohne EMA und vergleicht dann mal nochmal, ob es da wirklich um den EMA oder sonstigen SMA ging oder exponentieller Moving Average, der da gerade rumlag, weil einer ist ja immer da. Ja, und so, als nächstes wäre es dann vielleicht hier oben der, wobei da würde ich schon irgendwie drauf wetten, der wird nicht halten, weil der liegt bei nichts. Ja, da drüber liegt ein Tagespivot und mit dem Tagespivot liegt dann hier wiederum da auch wiederum eine Korrektur hoch. Das sieht man jetzt hier auf 15 Minuten nicht so deutlich, aber wenn man das mal auseinander nimmt, das ist hier eine Abwärtsbewegung und dann halt eine Aufwärtsbewegung und dann eine Abwärtsbewegung. Ja, also hier mal kurz ein höheres Hoch. Das heißt, das ist relevant. Das könnte dann eher so aussehen, 15 Minuten dann als Beispiel, wenn man da bleibt, dass zum Beispiel dann halt hier irgendwo anfängt, die Kerze, dann da oben hoch geht und dann halt hier unten schließt. Und dann hängt der EMA halt dann genau dazwischen. So, sieht dann auch wieder aus, als ging es um den EMA, aber in Wahrheit ging es dann um den Punkt hier. Und wo das aber schon mal ganz gut funktioniert ist, wenn es ganz schnell läuft und irgendwie gerade sonst nichts da ist, und da handle ich die tatsächlich auch mal, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wo irgendwie auch der DAX da halt irgendwie, keine Ahnung, 150 Punkte abgerauscht ist oder so. Und da kann man die auf einer Minute, da kann man wirklich dann mit SMA 20, 50, 200 und so weiter, kann man sich immer wieder eindecken und abwerfen und eindecken und wieder abwerfen. Da geht es ganz gut, aber dann auch nur, weil es dann halt so schnell geht, dass dann halt sonst keine anderen Punkte mehr da sind. Aber es ist natürlich auch ganz klar Ansichtssache, also wer damit halt erfolgreich handelt, um Gottes Willen, der sollte es auch bitte weiterhin tun. Wer aber damit nicht wirklich erfolgreich ist, der sollte es mal von der Warte betrachten, wie ich sie gerade genannt habe. Also zum Thema Kontext, um dazu nochmal was zu sagen, warum letztens, wo mich auch gesagt hat, der DAO rauscht ab, das hier ist halt einfach, das ist ein Außenstab, Kontext, Short, jetzt hier im Euro. Deswegen, natürlich kann der trotzdem nach oben, ja, aber der wird immer alles auf den Deckel kriegen, da unten drin und der läuft nicht so einfach da oben raus. Und das gilt für den DAX natürlich hier ganz genauso. Der hat, der war, vorher war der halt hier auf blau, das heißt, das hat man auch gemerkt, die ging ja nicht unten raus, irgendwann geht es dann natürlich dann trotzdem mal, ja, und aber nicht so ohne weiteres. Und deswegen bei sowas, so eine Übertretung habe ich jetzt nur leider nicht gesehen, das wäre dann natürlich dann halt auch ganz klar wiederum Short Entry gewesen an der Stelle. Und was ja auch immer noch zu der Markttechnik auf eine Minute oder fünf Minuten passt, ja, aber die kann ja ruhig mal ein bisschen nach unten, aber erstmal gibt es dann beim Austrittsversuch nächsten Reaktionspunkt Short sofort drauf. Und das war eben mit dem DAO letztens genau das Gleiche, nur eben auf Tagesbasis, und deswegen ist der dann halt eben mal 350, 400 Punkte. Und dann halt abgeraucht, hier Stunde auch, alles das gleiche Bild, ja. Ja, aber hier DAX, momentan eh schwierig wieder zu handeln, also es war jetzt mal irgendwie, ein paar Tage war es ja mal gut, da konnte man den ja auch handeln. Ja, wir haben hier halt echt gar keine Bewegung, das ist oben jetzt das High bei 93, wir sind hier unten bei 50, das sind 40 Punkte Tagesrange, äh, 50 Punkte Tagesrange, und wir haben NFPs, also das ist schon traurig. Das ist halt echt nicht zu machen. War schon mal anders. Ja, ja, deutlich. Ich erinnere mich, ich habe auch mal irgendwann, da haben wir irgendwie Gaps gehabt von 60, 70 Punkten zu den NFPs. Das kann man ja wenigstens handeln, sowas. Aber das hier ist natürlich schavierig. Ja, sieht auch so ein bisschen aus, als würde er hier die Reise direkt angehen, hier, ne, bei der 55. Wie spät haben wir? 13. Ich versuche halt immer die Zeit auch mit einzubeziehen. Ja, die 30 Minuten Kerze hat noch ein bisschen, die 15 hat nicht viel zu melden. Weil wenn 15 Minuten so schließt, wie jetzt hier gerade, dann kann das genauso gut noch mal ein Stück nach oben gehen. Deswegen lasse ich die jetzt auch da oben mal liegen, mache auch hier keinen weiteren Short jetzt erstmal an der Stelle, sondern lasse den mal. Aber wie gesagt, nachher die 72, falls die kommen sollten, würde ich die handeln. Und die neuen 116, falls die kommen sollten, ebenfalls. Weil es gerade, das noch mal kurz zu zeigen, ganz netter Punkt ist hier, also erstmal ist es halt ein Breakpoint, halt nach meiner Methode ermittelt, wo sind wir, hier 916. Ne, vor allem war es bei 9. Jetzt haben wir umschalten auf Stunde. 927, da war der gestern bei 916, das kann natürlich auch sein. Ne, die 916 ist manuell ermittelt, genau. So, das heißt, das wäre halt, also das wäre halt ein Punkt, die 927, wäre halt auch knapp hier drunter, wäre auch völlig legitim noch, ja. Das ist halt nicht schlimm, das kann der ruhig machen. Weil das hier drüber, da haben wir zwar auch einen Breakpoint bei 940, der sollte auch funktionieren für ein paar Punkte, aber der ist schon wieder zu offensichtlich, ja, weil es halt eben, weil hier geht es ja darum, kein tieferes Tief zu machen. Und das wäre aber halt noch ein kleineres Tief, wäre aber nicht schlimm. Also würde dem ganzen Bild keinen Abbruch tun und deswegen kann man, haben die beiden halt schon Potenzial. Und 916 dann sowieso, das wäre dann halt so einer der letzten Bastionen unterhalb von der 894, die wir halt hier haben. Aber, wie ich ja vorhin schon richtig vermutet habe, 955, das bringt nichts, da nur umzugehen. Das sieht man ja auch relativ deutlich, da passiert halt nichts, das hat einfach, weil der Punkt einfach nicht mehr wichtig ist. Das sind genau solche Sachen, die man dann halt irgendwie, hat man dann irgendwo gelernt im Chart, ah, 55 war altes hoch, das setzt ja bestimmt nochmal dran auf und hat vorher gehalten. Ja, es hat aber vorher auch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Die Bedeutung ist jetzt halt weg. Und deswegen sollte man halt immer schon gucken, worum geht es dann halt wirklich eigentlich als nächstes. Weil hier sieht man das ja halt, ja, so in der Vergangenheit, dass wir halt hier wirklich so einen deutlichen Run eben halt hatten, hier die 55 erstmal vernünftig gehalten und dann halt kleine Übertreibung, ein bisschen Stop-Phishing, aber dann doch wieder runter und dann halt hier nochmal und immer wieder drunter, drunter. Und dann hat er sich aber letzten Endes geschossen, ja. Und dann gibt es auch viele, da haben wir letztens auch irgendwie Diskussionen gehabt, so am Ausbruchspunkt irgendwie, wenn er dahin zurückläuft, dann läuft dann dort long. Da halte ich überhaupt nichts von, ja. Also hier sieht man es auch, die 955, so, das war jetzt die Ausbruchstelle da oben drüber. Ich wüsste nicht, worum der hier long gehen sollte. Das ergibt einfach keinen Sinn. Also weil es dann eher, der ist ja auch nicht weit gekommen, das ist dann eher ein Punkt für einen Fehlausbruch. Also tendenziell dann eher short. Auch wenn das vorher halt irgendwie, man sagte halt eben, Support becomes Resistance und umgekehrt. Das heißt also, was vorher Widerstand war, wird nachher Unterstützung. Nicht ohne weiteres. Also bin ich überhaupt gar kein Freund davon. Und zu oft gesehen, dass es halt einfach auch nicht funktioniert. Oder zumindest nicht weit kommt. Also von hier aus jetzt ein neues Hoch. Glaube ich nicht dran. Frage an der Stelle. 927 dann long. Ich kann hier keine Empfehlung aussprechen. Leid mir das tut. Also ich meine, selbst wenn ich die long handele, ja, und heißt das ja auch nicht, dass es funktioniert. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie, wenn ich nach 5 Punkten rausfliege, nicht nochmal reingehe, wenn sie nochmal kommt. Also, aber blind long, nur weil da die Zahl steht, kommt auch immer darauf an, wohin will ich damit, ja. Und wenn ich halt, will ich von da auf 13.000, sage ich ganz klar, funktioniert nicht, glaube ich nicht dran. Da brauchst du halt irgendwie ein bisschen mehr Anlauf. Aber halt, wenn man von der 927 nur hoch zum Beispiel zu 55 nochmal will, sowas kann dann halt funktionieren. Und deswegen kann ich das halt auch nicht irgendwie pauschal beantworten. Also was ich ja gesagt habe, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wenn er jetzt hier, wenn das jetzt erstmal halten sollte für ein paar Punkte, bei der 72 Short, das würde ich machen, ja. Also ich, ja, also nicht würde ich machen im Sinne von würde ich an deiner oder ihrer Stelle machen. Das ist keine Empfehlung. Denken Sie uns an unser Risikohinweis, diese ganze Veranstaltung. Sollen nur den Lernzwecken gehen. Und auch bei der 72, das ist kein Impulswiderstand. Das heißt, die muss jetzt zum Beispiel auch nicht punktgenau reagieren, ja. Das heißt, er kann genauso gut hier zum Beispiel ein Stückchen höher, das wäre dann halt die 77 als Beispiel. Das ist der R1 von Stunde aus betrachtet, also der Pivot R1. Und dann zum Beispiel halt hier auf Stunde drunter schließen. Das ist ein Punkt, um den geht es, wo er auf Stundenbasis wieder drunter schließen muss. Das heißt, das sind auch dann im Zweifelsfalle Punkte, wo man dann halt irgendwie auch nochmal irgendwie rein muss. Also ich handele sowas generell mit Stop-Loss 5. Und das klingt natürlich sehr wenig, ist auch nicht viel. Aber halt, wenn er zum Beispiel halt dann geschossen wird und kommt nochmal runter, mache ich den eben auch sofort wieder auf. Und mache den im Zweifelsfall auch lieber dreimal auf, als ihn einmal mit einem Stop-Loss von 20 zu handeln. Weil es kann ja sein, ja, das habe ich ja vorhin gesagt, so ein Bereich, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass der hier oben, dass diese Stundenkerze als Beispiel einfach da oben schließt. Glaube ich nicht dran. Und nichtsdestotrotz kann es aber sein, dass der einen Fehlausbruch von hier aus startet und dann halt hier zum Beispiel unter der 72 nochmal schließt. Und das wäre dann halt so ein Punkt, wenn er sowas dann macht, egal wohin er auch immer geht, wenn er dann hier unter 72 schließt, würde ich dann halt nochmal short gehen zum Beispiel. Also so handele ich das halt mit diesen Punkten. Ja, aber ansonsten kann ich jetzt wirklich gerade auch nicht mehr viel machen, wie ich sehe. Und von daher sind wir, glaube ich, hier auch schon so ein bisschen am Ende. War ja leider nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz hier. Vielleicht zum Abschluss, wie ich versprochen, den einen Korrelationsintegator kurz zeigen, wenn du so weit durch bist. Ja, also genau, nur hier, um das nochmal ganz kurz zu zeigen, ja, wenn man das jetzt mal in Kombination setzt, hier diese beiden Sachen kommen. Wir haben hier, das war jetzt halt hier ein Punkt, den auch dieser, der Indikator gezeigt hat, im Short-Kontext Reaktionspunkt oberer Bereich Short-Reaktion, obwohl wir auf einer Minute oder fünf Minute erstmal long sind. Und wenn man sich das mal anguckt, auf einer Minute, das passt perfekt. Ja, also es ist halt hier das Hoch rausgenommen, dann Korrektur-Tief nochmal ein kleines, nochmal Korrektur-Tief. Der kann jetzt ab hier natürlich auch weiter nach oben ziehen. So, aber Erstreaktion, es gibt immer eins auf dem Deckel in so einem, sozusagen im Short-Kontext an der Stelle. Und deswegen war das jetzt hier völlig in Ordnung. Nur sollte man dann auch wissen, wo dann halt eben Schluss ist. Und der muss das auch nicht zwangsläufig nach unten beenden, ja. Aber er wird auch nicht so einfach da oben rauskommen. Und das unterstreicht auch das, was ich vorhin gemeint habe, ja. Der ist jetzt hier erstmal Short. Der geht jetzt nicht einfach da oben raus und bleibt da stehen. Sondern es gibt immer erstmal eins ein paar Mal auf dem Deckel. Und es wird eine Zeit lang dauern, wenn er da wirklich long gehen sollte. Das wird nicht von jetzt auf gleich passieren. Wie gesagt, bei News, da fehlen noch so ein bisschen die Erfahrungswerte mit der Indikation. Aber im Allgemeinen ist das schon so, dass es da nicht einfach ohne weiteres da rausgeht. Zumal wir auch hier auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt jetzt halt haben, auch rein markttechnisch. Dass wir natürlich auch nochmal nett hier hinlaufen und da nochmal zurück. Ja, das ist, mal kurz nennen. Nicht genau dran, sondern knapp drunter. Bei 1, 17, 11 ist das ja. Genau, 17, 11. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt, der kann halt auch nochmal sehr gut bis hier runterschieben. Zum Beispiel, da würde ich jetzt auch mal, lasse ich jetzt auch mal liegen die Order. Und mal gucken, ob die noch abgeholt wird. Und da muss man nur irgendwann aufpassen, weil wenn der Punkt dann natürlich raus ist, dann halt irgendwann. Also, das reicht es überbieten. Der muss nicht mal irgendwie darüber schließen. Da reicht es nur, wenn der da hochknallt und dann halt, dann ist eigentlich hier Short erstmal durch. Also, ja, bis zum nächsten Punkt natürlich. Und der liegt ja nochmal deutlich höher. Der liegt ja hier oben. Also, genau, Korrelation. Ja, hoffe ich, dass das hier in meiner Bastel- und Testversion funktioniert. Weil ich habe ja hier immer Übergangsversionen vom Stereo-Trader, bevor die released werden. Nehmen wir das Beispiel mal den, ja, nehme ich einfach mal den DAX und den DAO. So, machen wir hier einfach mal auf. Einmal den DAX. Und dann nimmt man den Correlator, heißt das Teil. Da unten ist er. Ich hoffe, er funktioniert hier drauf. Erstmal muckt er nicht. Okay. So, und dann gibt man einfach das andere Symbol ein. Das wäre dann hier US-30. So, und dann kriegt man den hier drüber geblendet, wie man sieht. Dann kann ich hier auch mal umstellen auf normale Darstellung. Dann habe ich jetzt quasi an der Stelle DAX und DAO übereinander. Ja, also die Korrelation, also hier die Kalibrierung, die berechnet sich vom letzten Punkt aus. Und das ist dann der Wert hier. Also wenn ich auf Automatik stelle, ja, dann ermittelt er das einfach nur. So. Und warum der ist super war? Und es kann natürlich sein, dass, ja genau, hier. Ich kann halt hier noch einstellen, ob ich mit Balken synchronisiere, das heißt, einfach nur die Kerzen übereinander lege. Oder ob ich auch die Zeiten abgleiche. Und das heißt, weil der Dow Jones hat ja eine völlig andere Handelszeit als der DAX. Und der läuft ja halt fast 24 Stunden, der Dow. Und der DAX läuft ja eben, nicht so lange, läuft ja nur 14 Stunden. Und dann kann ich hier entsprechend auch noch, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil es kann sein, dass es hier dann einfriert. Ich mache es trotzdem mal. Weil wir rechnen dann schon mal eine Zeit lang. Oh, ne. Okay, funktioniert. Da kam jetzt nur irgendwie, warum auch immer, kein Unterschied. Aber kann auch schlichtweg sein, dass es hier jetzt in der Testversion jetzt irgendwie keine Auswirkung hat. Ne, beziehungsweise, die liegen ja zeitlich übereinander. Das ist ja ein 24-Stunden-DAX, ja. Denkfehler. Deswegen macht es keinen Unterschied. Ja, und hier sieht man halt, wie die Korrelation momentan läuft. Jetzt hier auf 5 Minuten als Beispiel kann ich natürlich auch auf andere Einheiten setzen. Kommt da noch was? Ne. Ja, ja, doch. So, dauert halt nur ein bisschen in der Berechnung. Weil die ist in der letzten, seit der letzten Stereo-Trader-Version ist, sind die Berechnungen alle asynchron. Das heißt, es muss nicht unbedingt sofort kommen. Dafür friert es aber eben dann auch nicht ein, wenn etwas zu lange dauert. Aber hier sieht man halt zum Beispiel schön, dass die momentan relativ synchron laufen und die Korrelation, wie hier zum Beispiel, lief es einmal komplett auseinander und dann läuft es ja wieder zusammen. Also am Ende läuft es halt immer irgendwie wieder zusammen. Die Frage ist immer nur, wann. Also hier geht es massiv auseinander. Ich mache das mal hier weg. Hier laufen die beiden massiv auseinander, aber es ist eben ganz gut, um solchen subjektiven Wahrnehmungen zu begegnen. Weil viele sagen immer, wenn der DAO steigt, steigt der DAX. Ja, und hier sieht man immer schnell, das ist gar nicht so. Also, dass die Korrelation schon deutlich auseinanderklafft. Also, sie ist prozentual gerechnet natürlich, nicht in Punkten. Das heißt also, relativ. Und das ist also gar nicht so einfach. Also, hier sieht man zum Beispiel, das Blaue ist jetzt hier der DAO. Da war der DAO höher. Ja, also rein von der Relation. Und hier ist plötzlich der DAX höher. Und auch hier, die zeitliche sind, das ist ja hier zusammengenommen. Da sieht man zum Beispiel ganz deutlich, hier sind DAX halt wirklich raketenmäßig abgegangen. Und der DAO ist eigentlich, hat sich fast gar nicht bewegt. Oder es läuft dann auch mal komplett umgekehrt. Also, das sieht man zwar seltener, aber nach dem Motto, DAO steigt, DAX steigt, muss nicht sein. Ja, so im Großen und Ganzen. Ja, aber halt prozentual gesehen nicht. Gucken wir, dass ich hier auch noch zusammenkriege, noch eine Stunde. Ja, hier sieht man schon ein bisschen besser, ja. Dass das so viel gar nicht miteinander zu tun hat. Wie man glaubt. Ist die Frage beantwortet? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Ich habe die Märkte weiter in der Zwischenzeit beobachtet. Wir haben bis jetzt nichts verpasst. Ja, das dachte ich mir. Ja, der steht immer noch da. Das habe ich mir schon gedacht. Dass da irgendwie nicht wirklich viel passiert. Okay. Ja. Also, wir können, wenn du willst, Dirk, noch die drei Minuten mitnehmen bis zur Eröffnung. Oder wir machen hier an der Stelle Schluss. Ja, können wir gerne machen. Aber ob das jetzt so viel Bewegung bringt, glaube ich, ist es halt auch nicht wirklich. Ja. So, jetzt ist es halt einfach nur, ja, dass das Bild dann halt weiter, also es ist ja nicht so, dass die News jetzt irgendwie plötzlich alles ganz anders machen, sondern es wird sich halt einfach nur weiterentwickeln. Und ich denke, man hat es ja vorher noch gesehen, also hier, wo ich ja auch sagte, der sollte besser da drüber. Ich habe ja vorher noch gesagt, es könnte passieren, wenn ich in letzter Sekunde zumache. Das hätte ich auch besser mal gemacht. Weil der Schlusskurs hier war schon entscheidend auf 30 Minuten. Den hätte er schon gebraucht, um nach oben rauszugehen und nicht nach unten. Aber gut, es ist nicht schlimm. Also, ich hatte ja nur noch einen Teil drin. Die Position ist positiv geendet. Alles gut. Aber wäre natürlich dann trotzdem glücklicher gewesen. Weil im Endeffekt, es passiert nichts anderes bei News als im normalen Handel auch. Und genauso wird es hier eben auch sein. Das ist jetzt nicht so, dass die News alles durcheinander gebracht haben, sondern es wird jetzt halt ganz normal weitergehen. Und es ist auch nicht so, dass jetzt das hier durch die News bedingt ist und danach geht es wieder ganz gemütlich nach oben. Das wird halt nicht passieren. Aber wir können ja trotzdem kurz noch warten, was der DAO jetzt hier macht in der Erstreaktion. Wir können eine Frage noch dazwischen nehmen. Also, sind die eingezeichneten Hochs und Tiefs per Hand oder per Programm? Das kann der Steered Trader entsprechend anzeigen. Ja. Der zeichnet so ziemlich alles richtig ein. Also auch hier zum Beispiel Indikationen hier. Kasseeröffnung, Futureöffnung, Future Schlusskurs und sowas zeichnet eben auch ein. Und natürlich auch hier, das sind dann solche Geschichten wie Pivot-Punkte oder hier die Fibos zum Beispiel halt vom Vortag oder von Intraday die Fibos. Also sieht man jetzt hier zum Beispiel, das ist halt gerade drangelaufen hier von der 55-Kommend nur gerade bis an die Fibo. Weiter kam es noch nicht. Und das kann man eben alles halt ein- und ausblenden, wie man es braucht. So, dass man halt auch per Knopfdruck komplett aufgeräumtes Bild hat, wie man sieht. Da sehen wir es als Problem, wenn es von Hand zeichnet. Da hat man nachher auch schnell alles voll. Und so kann ich halt einfach alles immer sofort ein- und ausblenden, wie ich es brauche. Und habe immer einen aufgeräumten Bildschirm. Was ich persönlich halt schon nicht so unwichtig finde auch. So, jetzt haben wir 30. Ich bin mal gespannt. Passiert dann, sagt man hier die 30-Minuten-Kerze? Ja, zackert er halt ein bisschen rum. Das ist ja auch wieder der Punkt, wenn die Amis kommen, geht es erstmal long. Letzter Zeit stimmt das auch tatsächlich. Auch die erste Reaktion ist long. Aber mal gucken. Ja, das ist typisch. Also in letzter Zeit tatsächlich, ja. Aber es passiert halt nicht viel. Die Amis haben jetzt natürlich hier aus Kassasicht erstmal ein ordentliches Down-Gap. Das ist nicht gerade ein Long-Signal. Die kaufen zwar gerne zurück, aber erstmal ist das auch ein Short-Signal. Beeindruckt mich bis jetzt nicht. Aber da ist halt auch nicht viel passiert im Down. Also mal in Punkten. Was waren 35 Punkte? Ist der gerade mal jetzt runtergefallen? Wenn der Lust hat, macht er das auch in einer Minute zu, wenn er gut gelaunt ist. Ja, sieht im Verhältnis zu den anderen Kerzen natürlich etwas größer aus. Ja, klar. Aber das ist ja halt auch Nachthandel. Muss man halt auch klar sehen. Ich meine, wenn man das mal journalistisch betrachtet, das ist Taghandel von gestern. Und das ist Nacht. Das ist eigentlich auch nur eine ganz normale Kerze jetzt erstmal. Also für News hat jetzt irgendwie auch nicht besonders. Aber trotzdem, man hat jetzt einen Down-Gap und die erste Reaktion wäre eigentlich erstmal ein Stück tiefer. Das wäre zumindest hier schon so ein bisschen anzunehmen. Vielleicht irgendwo hier eine kleine Korrektur suchen und dann... Aber dass der jetzt einfach da oben hochrennt und es zumacht... Ich wollte gerade sagen, nicht in 2017. In 2017 wird einfach alles gnadenlos gekauft. Ja, aber auch da nicht. Also mit seinen Gaps hat er den Down schon schwer zu kämpfen immer. Letztens ja auch. Das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Auch nur so ein kleines Gap gemacht. Über Nacht irgendwie 30 Punkte. Da hat er sich irgendwie 14 Tage so aufgehalten, bis das wieder zu war. Also das ist schon so pauschal nicht... Wenn dann halt irgendwo was passiert, ja... So, okay. Da hat er Lust drauf. Wenn es 300 Punkte tiefer steht, kaufen. Billig. Rein da. Aber was man hier immer machen kann, ich kann ja mal das Market Profile mal drauf tun. Mal gucken, ob es das uns irgendwelche Aufschlüsse gibt an der Stelle. Unterm Vortages Point of Control. Das heißt, das wäre jetzt halt so ein Rücklaufpunkt, den er halt schon mal irgendwie halt ansteuern dürfte. Und dann muss man auch mal sehen, oder halt hier oben, das wäre der PHR1 gleichzeitig hier mit dem BWOP zusammen. Und das ist auch noch alles unterhalb von dem Kassagep, was er jetzt ja gerade produziert hat. Weil das ist ja hier oben, also hier oben bei 770. Dort ist mein Kassagep und das wäre halt alles so knapp drunterhalb. Das wäre eigentlich nett. Also knapp drunter laufen, da wäre das natürlich ein netter Punkt hier. Also in dem Bereich ist auch lustigerweise gerade der EMA. Und also hier bei 763. Dort short als Beispiel. Oder bis dahin long. Aber das wäre schon jetzt zumindest plausibel, weil da halt echt auch alles zusammenkommt. Also für die, die von Market Profile noch nie was gehört haben, das ist einfach, also der Punkt hier, das ist der, wo der höchste oder der meiste Umsatz gestern getätigt wurde. Also wirklich gemessen in Future-Kontrakten, das ist kein CFD, das ist Future-Berechnung. Und der BWOP ist der volumengewichtete Durchschnitt. Also das ist halt im Durchschnitt der faireste Preis jetzt von heute. Also nicht von gestern, gestern war er hier, sondern jetzt von heute ist das der Kurs. Und das wie gesagt vom Vortag, also der meiste Umsatz im Vortag war bei 22.757 und heute war er, also mit heute einbezogen bei 53. Also diese Ecke, da ist halt einfach der meiste Umsatz und ganz pauschal kann man sagen, der Kurs rennt am liebsten dahin, wo der meiste Umsatz war. Da, wo am meisten verkauft und gekauft wurde, da geht ihr natürlich auch am liebsten hin. Und mal rein hier von, ja, auf die Kursdaten, auf die Preise bezogen, auf den Umsatz bezogen, auf das echte Volumen, nicht auf Tick-Volumen, wie man das halt am CFD halt kennt. Das hat überhaupt nichts zu sagen, sondern da ist wirklich der Umsatz, der hat wirklich dort stattgefunden gestern. Und das heißt aber insgesamt, das sind wir hier in der Range von gestern, also die ist hier unten, da ist halt die Untergrenze von 70 Prozent des Volumens, hier oben ist die Obergrenze. Und solange wir da drin sind, ist eigentlich alles so weit im grünen Bereich. Und erst wenn der halt irgendwo rausgeht aus diesem Bereich, also deckt sich ja auch hier, das ist, das hier, die strichelte ist Intraday. Und das ist halt entsprechend vom Vortag. Und solange der da drin ist, ist alles fein. So, der kann auch jetzt hier ganz locker bis da runterfallen. Auf 680 tut gar nicht weh. Kann auch da drunter fallen. Und wenn er hier drunter ist, sucht man sich den nächsten Widerstand. Und geht dann am besten erstmal long, wenn es keinen nachhaltigen Grund gibt, wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendein größeres, also nicht Unglück passiert ist, aber halt unternehmerisches Unglück da irgendwie mit drin hängt oder sonst irgendwas, was halt relevant ist. Und dann spricht man halt davon, dass das halt ein unfair günstiger Preis wäre. Genauso wie wenn es hier oben drüber geht, wäre es erstmal unfair teuer. Ja, also darauf bezieht sich im ganz Groben halt das Market Profile. Aber das kann der Oliver Klemm, von dem das ja auch kommt, deutlich besser erklären als ich. Aber das halt nun mal so im Groben und was man halt auf jeden Fall sieht, ist halt schon, dass diese Zonen halt definitiv funktionieren. Weil es ja auch klar ist, also wenn das halt der Preis ist vom Dow, der am meisten halt entsprechend gehandelt wurde, ist das hier natürlich auch der, auf den dann halt auch alle setzen, logischerweise. Weil wenn ich heute irgendwie in den Supermarkt gehe und kaufe Klopapier, was gestern 2 Euro gekostet hat und heute kostet 2,50 Euro, dann suche ich ja auch wieder nach dem, was 2 Euro gekostet hat. Als ganz profanes Beispiel, aber vom Prinzip her ist es ja nichts anderes. Und deswegen wird natürlich versucht, zu dem Preis dann halt auch entsprechend zu handeln, der dann auch am Vortag da war. Und das wäre halt hier entsprechend die 757. Und hier eben entsprechend, der wird jetzt halt eh sich nach unten bewegen. Das heißt, wahrscheinlich wird es sowieso hier alles matchen. Und der EMA 200 kommt dann wahrscheinlich auch im Gesellsicht dazu und sagt dann nachher, ich war es. Und dabei war er es gar nicht. Aber er ist halt überall dabei und tut immer so, als wäre er es. Ja. Habe ich jetzt irgendwie einen Faden verloren oder ich weiß es gerade selber. Ich glaube, ja. Habe ich irgendeine Frage beantwortet? Ja, alles gut. Du wolltest so ein Market Profile dazunehmen, ob du einfach dadurch mehr Informationen bekommst oder nicht. Alles gut. Aber das passt ja alles soweit. Das würde sogar dazu passen, dass der DAX jetzt hier nochmal irgendwie seine, da oben den Punkt halt mal irgendwie antestet. Und wenn der Market Profile da auch hinläuft, passt das eigentlich alles ganz gut zusammen. Den kann ich hier natürlich auch mal reintun. Also wie gesagt, nochmal, das ist kein CFD Profile. Ich weiß, das gibt es halt auch für CFDs, auch hier irgendwo bei Meta-Quotes im Market und so weiter. Das ist alles Nonsens. Kompletter Bullshit ist das. Also weil halt eben, was wir im CFD haben, normalerweise sind Ticks. Also das heißt, immer wenn sich der Kurs ändert, gibt es einen Tick. Aber das hat mit dem Umsatz nichts zu tun. Weil es sagt nämlich nichts darüber aus, wie viele Kontrakte wurden da gehandelt. Das kann ja halt hier, wenn da halt irgendwie nur einer gerade da ist und es wird einer gehandelt und sonst ist nichts da, gibt es halt auch einen Tick. Und wenn da bei 100 auf 100 treffen, dann gibt es auch nur einen Tick, also im CFD. Aber in Wahrheit ist ja dann das Volumen 100 Mal so groß. Und deswegen ist alles, was irgendwie an Market Profile oder Volume Profile mit CFD-Tick-Volumen erzeugt wird, das ist alles kompletter Quatsch. Also das kann man echt nicht anders sagen und das bringt auch nichts. Also man wird ohnehin ganz andere Werte auch logischerweise rausbekommen, als dass man die jetzt hier mit einem echten, also mit einem Volumenprofil bekommt, die jetzt wirklich auf echten Future-Daten beruhen. Das sieht völlig anders aus. Und das ist definitiv im CFD-Bereich nicht zu gebrauchen. Also kann ich halt echt nur sagen, besser Finger weg, weil das ist Nonsens. Aber hier, um jetzt hier nochmal kurz auf den DAX zu kommen, also der hängt halt auch. Der ist hier, das sieht man, da haben wir gerade ein schönes Beispiel, wo er hingelaufen ist. Er ist genau an den Point of Control gelaufen. Also da, wo gestern der meiste Umsatz war, das war die 951, genau da ist er jetzt hingelaufen auch. Da lag jetzt halt eben auch durch Zufall die 55 da am Weg oder andersrum. Gestern ging es mehr um die 55 und deswegen war da der meiste Umsatz und deswegen ist er da hingelaufen. So rum wird dann ein Schuh draus. Also wenn man das halt dann mal wirklich realistisch betrachtet, mit dem, was dann halt dahinter steckt und nicht nur eben halt seine Linien zeichnet, sondern das ist dann natürlich dann halt auch ein Punkt, das habe ich halt vorher natürlich nicht gesehen, dass der da halt auch ist, aber das ist dann natürlich dann nochmal ein ganz anderes Argument. Aber rein die Linie, nur weil die da ist, auf gar keinen Fall. Aber so gibt es natürlich dann halt nochmal ein Bild. Heißt aber jetzt trotzdem nichts, ja, weil nämlich auch von der anderen Seite kann man es jetzt halt auch nochmal ganz genauso betrachten. Wir gehen jetzt hier raus aus der Volume Area. Das heißt, wir werden hier unfair teuer an der Stelle wieder. Und das spricht wiederum dafür auch, dass halt hier der Bereich, also dass wir hier halt irgendwo nochmal eine Short-Reaktion kriegen, weil es zu teuer ist. Ganz simpel, ja. Also das ist halt einfach der DAX gerade in Bezug auf gestern nicht wert. Ja, also dass so viel dafür bezahlt wird. Und wie gesagt, also Oliver steinigt mich wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich hier nur Unsinn erzähle, aber soweit ich ihn richtig verstanden habe, wird man das Market-Profil halt, oder wird es halt so angewendet, ja. Dass halt wenn ein Austritt da ist, aus der Range, sucht man sich Widerstand und guckt, dass man wieder reinkommt. Weil dieser Bereich hier, bezogen auf gestern als inklusive heute, weil es war ja auch nichts los heute, dass hier drin ist der Kurs vom DAX fair. Hier oben ist er unfair teuer, drunten ist er unfair billig. Und hier der meiste Umsatz, deswegen aktuell gibt es überhaupt gar keinen Grund, ja, welchen auch immer, warum der hier großartig außerhalb handeln sollte. Er hat es halt morgen ja mal versucht und dann kamen die NFPs und dann wurde er hier wieder zurückgeholt. sozusagen auf den Boden der Tatsachen, der nämlich eben hier ist, da wo der meiste Umsatz war, nämlich bei der 952. So, das hätte ich auch mal vorher einblenden können, wäre clever gewesen. Es kam jetzt mehrmals die Frage, woher die Daten kommen und kleiner Hinweis, man kann sich auch das Video von IBDES angucken, wo ihr das auch vorstellt, da hast du es auch nochmal genauer erklärt. Ja, die Daten kommen vom Future. Also das ist halt ein echter Datenfeed vom Future und es ist ja halt auch kostenpflichtig, das Market Profile Add-on und das sind halt die, also das Datenabo ist da halt auch entsprechend mit drin und bezieht sich nicht nur auf DAX, sondern es ist halt entsprechend auch, S&P ist drin, Stocks 500 ist drin, Gold natürlich, Silber, diverse Währungspaar, ich glaube, es sind 14 oder 15 Werte, wo das Market Profile entsprechend abgebildet wird für. Und hier sieht man ja halt auch gerade, also ich meine, das war jetzt hier eigentlich gerade nett, aber eigentlich ziemlich dämlich von mir, muss ich halt auch gestehen, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin, das mal einzublenden. Ich erinnere dich nächsten Monat dran. Ja, ist ja kein Zufall, der sehr genau da hinläuft. Ich habe es eigentlich auch sonst immer an, ich habe es nur vorhin rausgetan, um nicht so viel Informationen hier drin zu haben, aber hier sieht man schon, der DAO ist angekommen, ja, genau an seinem, an dem Punkt, wo der höchste Umsatz war. DAX muss jetzt wieder übertreiben, ist klar. So, hier wäre jetzt, ist das ein Breakpoint? Ne, das ist nur die Linie, die ich selber gezeigt habe, manuelle Linie, okay. Und der ist auf jeden Fall da, reagiert auch prompt. So, mal gucken, was den DAX jetzt treibt. Kriegen wir zum Abschluss vielleicht doch noch ein Trade. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also, der DAO kann natürlich ja auch noch hier an seinen Punkt laufen, wobei der DAO ist, der ist ja sauber, ne? Also, nur der DAX ist irgendwie gerade unfair unterwegs wieder. Also, der versucht ja gerade hier aus der Range auszubrechen. mal wieder. Ah, ne, doch hier war ein Breakpoint, genau. So, da ist er doch gerade drangelaufen, ne? Ja, da gehen wir nochmal short. Ja, zu spät schon fast. Na ja, egal. Hä, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt versehentlich aufgelöst gerade? Das war unklar. Ja, ist nämlich hier jetzt genau drangelaufen. Das war der Breakpoint bei 72, den der Indikator errechnet hat. Reagiert auch sofort. So, und der VWOP, das wäre jetzt halt, das ist entsprechend jetzt halt vom Market Profile nochmal der Punkt, der volumengewichtete Durchschnitt. Und passt ja hier eigentlich schon fast ganz gut mit zusammen, ne? Also, der kommt jetzt natürlich auch gleich tiefer und von da sollte man halt versuchen oder gucken, dass er halt einfach nochmal in die Range zurückfällt. So, aber Reaktion ist erstmal da. Ich habe mir jetzt hier nur ein bisschen ungünstig eingekauft. Natürlich nicht so gut. Also, irgendwie zwei, drei Punkte verschränkt. Aber wichtig erstmal zu sehen, funktioniert, ja? War schon mal nicht so falsch an der Stelle. Da hat auch schön reagiert. Ja, genau. Da hier genau am Intraday Point of Control. Das passt. Okay. Dirk, wir müssen an der Stelle mal langsam zum Schluss kommen. Genau. Schön, dass wir aber trotzdem jetzt zum Ende hin auch nochmal das Market Profile Add-on nochmal gezeigt haben. Ich denke mal, das wird in Zukunft auch öfters der Fall sein. ansonsten overall gutes Ergebnis heute? Positives Ergebnis? Ja, klar, sicher. Also, ich meine, der hier hat ja vorhin ein bisschen was eingesammelt. Das war jetzt nicht hier die Welt. Aber was waren das hier? 90 Euro alles in allem. Ich meine, das ist natürlich jetzt hier von der Positionsgröße überschaubar. Das ist okay. und hier DAX irgendwie, ja gut, nicht viel, ne? Also, da habe ich ja auch nichts gemacht. Das war vorher nur eine kleine Bewegung und jetzt mal gucken, was das hier noch bringt. Also, den kann man auch ausbauen. Ich habe jetzt erstmal hier kleinen Gestahl, den würde ich halt schon gerne irgendwie auf 5 Euro pro Punkt kriegen. Das heißt, ich würde halt hier dann irgendwo in dem Bereich halt hier eher nochmal irgendwie einen zugeben und dann passt das halt auch besser zusammen. Weil, wie gesagt, der muss nicht auf den Punkt reagieren, auch wenn er es jetzt hier gemacht hat. Das ist schon okay. Für einen Skype passt das. Aber halt, der soll jetzt hier nur kein neues hoch machen. Und das wäre halt auch wiederum halt rein markttechnisch passt das halt auch wieder zusammen. Also, hier habe ich ganz klar einen Korrekturpunkt. Das wäre so das Maximum. Das heißt, der Stop gehört eigentlich hier oben drüber. So, und entsprechend der Short hier hin. Und solange der nicht da oben drüber geht, ist alles fein. So, und dann kann der hier auch runterkommen. Bewegt sich halt hier entsprechend auf einer Stunde in meinem Kontext, wo ich ihn haben will. Und bis da oben hin sieht man hier auch, hier bis zur Grenze. Und das ist auch gerade zufällig jetzt die markttechnische Grenze. Passt das halt alles zusammen. Und dann sollte der eigentlich hier unten nochmal irgendwann ankommen. Lieber aber bei 940. Das war ja vorhin halt auch ein Punkt, den ich genannt habe. Das wäre halt eher so das präferierte Ziel. dass wir von da oben jetzt halt irgendwo da runterkommen. Also sei es jetzt hier von der 72 direkt oder halt eben im Maximum hier nochmal irgendwo maximal bis zur 80. Weiter sollte eigentlich nicht laufen und dann kann es ab da gerne mal 40 Punkte runter. Wenn er das macht, bin ich zufrieden. Dann hat sich auch der DAX gelohnt. Sehr schön. Ich denke mal die Trade-Verwaltung wirst du weiter in deine Facebook-Gruppe dann weiter dann posten. Genau. Und ja, alles andere geht bestimmt gleich in deine Facebook-Gruppe weiter. Den Namen der Gruppe haben wir in den Chat kopiert. Also wenn Sie mehr erfahren wollen, können Sie gleich die Gruppe besuchen. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen das Webinar heute wieder gefallen hat. Auch wenn die Bewegung jetzt nicht so allzu viel war. Trotzdem finde ich auch wieder heute sehr ja, viele Informationen gesammelt. Stereo Trader hat mal wieder gezeigt, was er kann und warum wir ihn benutzen. Und ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Wenn Sie noch positioniert sind, dann weiterhin viel Erfolg. Passen Sie auf viele Positionen auf. Dirk, dir wünsche ich auch schon mal ein schönes Wochenende. Danke für das Webinar heute und gebe dir das letzte Wort. Ja, danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere konnte auch was mitnehmen oder halt hier meine Betrachtung entsprechend auch verwerten. Aber ich habe ja vorhin schon gehört, strategische Order wird auch immer mehr eingesetzt, habe ich auch das Gefühl. Ist auch eigentlich echt eine gute Idee, weil man damit Tendenzen handeln kann und das ist dann natürlich auch schön, wenn ich nicht der Einzige bin, der hier dann zeigen konnte, dass man damit halt tatsächlich dann halt auch wirklich real was anfangen kann und auch Geld verdienen kann mit dieser Funktion. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, wenn das einige von euch auch hinbekommen haben. Ja, an der Stelle dann auch von meiner Seite abschließend nochmal Danke. Die Sonne scheint übrigens. Das heißt, euch allen auch ein schönes Wochenende. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020